Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Christian Alexander von fototrainer.com und ihr könnt endlich wieder einen Livestream sehen. Ihr habt es ja vielleicht in der Werbung gesehen, ich war in der letzten Zeit ein bisschen viel unterwegs, deswegen haben wir unsere wöchentlichen Livestreams nicht machen können und heute freue ich mich darauf, dass wir endlich mit der neuen Season starten, also mit der neuen Serie und ich habe direkt am Anfang einen ganz besonderen Gast, nämlich den Martin Wagner von der United Imaging Group und ja Martin, erstmal herzlich willkommen hier im Stream, wo stehst du gerade? Hallo Christian, ich bin bei uns in der Zentrale im Mothership in Fürth im schönen Franken. Sehr schön, wie ihr seht, ich sitze in Köln, er sitzt in Fürth, da bin ich übrigens letzte Woche noch vorbeigefahren und ja, also das funktioniert ja Gott sei Dank auch in der aktuellen Zeit ziemlich gut und wir wollen heute mit euch natürlich über die Vogtländer Objektive sprechen. Bevor ich aber starte und der Martin sich nochmal ein bisschen genauer vorstellt und wir noch ein bisschen genauer über die Produkte gehen, eine ganz wichtige Bitte, wir machen den Stream ja für euch, also nutzt bitte heute die Möglichkeit und stellt alle eure Fragen in den Chat, das ist total wichtig, je früher ihr dir stellt, wir werden immer wieder reinschauen, werden die natürlich auch vorlesen, so habt ihr die Möglichkeit auch zu bestimmen, über was wir beide heute so ein bisschen sprechen und ja, ich kann es immer nur wiederholen, nutzt diese Möglichkeit, ich denke, das eine oder andere ist dabei. Ich kenne den Martin nämlich jetzt schon ziemlich lange, wir sehen uns meistens immer nur ganz kurz, meistens auf irgendeiner Messe und rennen aneinander vorbei und das war es dann auch schon. Deswegen stell dich vielleicht mal den Zuschauern vor und dann würde ich sagen, gucken wir, los geht's. Ja, mein Name Martin Wagner, ist ja schon gefallen, ein Industrie-Veteran seit über 30 Jahren in der Fotobranche, nach klassischer Ausbildung Fotokaufmann oben in der Berufsschule in Kiel, heute ja das Medienforum oder Form. Bin ja heute oder seit mehr als 20 Jahren bin ich in der United Imaging Group, formerly known as Ringphoto, in der Zentrale, führt zunächst mal den Bereich digitale Kameras, später dann für den Bereich Trends und Training, wie wir das nennen, verantwortlich. Das war übrigens gerade die Sabrina, die durch die Kamera gelaufen ist. Hallo, Sabrina. Die uns hier auch gleich noch ein bisschen im Chat assistieren wird. Mache dort sehr viele Trainings, im Moment natürlich stärker online als denn Präsenz für unsere Händler primär, aber der eine oder andere kennt mich vielleicht auch dann von Vorträgen, wenn Händler halt da irgendwie große Messen machen oder sowas, dann bin ich da natürlich dann auch gerne mal mit dabei. Bin auch international immer ein bisschen unterwegs, war mal Präsident der DIMA, der Digital Imaging Marketing Association, im Vorstand der PMA, sitze heute im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Fotografie, wo ich berufenes Mitglied bin. Also so überall ein bisschen die Fingerchen mit drin für das Thema Fotografie, für das ich, wie auch du, stark am Brennen bin. Sehr gut. Das freut mich total zu hören. Martin, ich passe deinen Bild gerade nochmal an. Mir ist nämlich eine Sache aufgefallen, die mir gerade eben nicht aufgefallen ist. Du standest nämlich vorhin ein kleines bisschen anders und deswegen passt der Bildausschnitt noch nicht ganz. Du bist ein bisschen zur Seite gerutscht. Jetzt sollte das Bild für alle auch im Livestream besser sein. Und wenn ich schon gerade dabei bin, das Bild anzupassen, dann schreibt uns doch mal bitte schon in den Chat, ob ihr uns gut verstehen könnt, ob ihr uns gut hören könnt, ob das alles stimmt, weil das ist natürlich auch wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, wenn wir schon ein bisschen was über dich erfahren haben, dann sollten wir mal so ein bisschen gucken, über was wir heute eigentlich sprechen. Und die erste Frage kommt sofort von mir, nämlich, die werde ich oft gefragt. Wie wird der Name denn jetzt eigentlich ausgesprochen? Ich sage immer Vogtländer und jetzt erklär uns doch mal auf, wie das Ding genau heißt. Also es gibt da die lustigsten Dinge, wenn ich hier die Mitarbeiter ärgern möchte, sage ich auch immer Feuchtländer. Es gibt den Vogtländer, den Feuchtländer. Also all das sind die richtigen oder verschiedenen Sprechweisen, die wir hier haben. Das Korrekte und das kann man sich dann einfach immer merken, das ist wie so der Landvogt. Das ist also die Firma Vogtländer, wo es ja auch mal den Herren Vogtländer mal gab. Übrigens, kleines Klugscheißer, deswegen habe ich extra hier auch mal eine ältere Kamera, wo wir das eingegraviert haben, mal ins Bild gestellt. Vogtländer, ich gucke gerade mal, der Ausschnitt ist auch im Livestream soweit. Sind es 1756, das heißt eine der ältesten Marken überhaupt. Die älteste Marke im Fotobereich sowieso, da gab es die Fotografie noch gar nicht. Da war das halt schon eine optische Firma und das ist schon mal eine ziemlich, ziemlich lange Zeit, seit über 250 Jahren, schon eine coole Geschichte. Genau, für euch alle, wir wollen heute natürlich ganz gezielt über das Thema Objektive sprechen. Ihr habt jetzt so ein bisschen erfahren, wer ist eigentlich der Martin, worum geht es heute eigentlich. Nutzt bitte die Möglichkeit, stellt wie gesagt eure Fragen und ich würde vorschlagen, bevor wir uns um einzelne Objektive kümmern, stell uns doch mal kurz vor, welche verschiedenen Anschlüsse es eigentlich gibt aktuell. Weil E-Mount ist klar, die habe ich hier auf den Tisch gestellt und da werden wir natürlich auch gleich mit starten. Aber was gibt es denn noch alles? Ja, auch rein historisch ist natürlich so die Entwicklung stark an Leica gebunden. Das heißt früher mit Schraubenanschluss, M39, dann der klassische Leica-Anschluss, wo wir immer noch die meisten Objektive dann auch dafür bauen. Nennt sich bei uns VM-Anschluss, vorkleppender M-Anschluss. Dann natürlich das, über was wir heute sprechen, ist für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Anschluss, weil natürlich das als erstes Systemkamera-Vollformat-Kamerasystem im Markt, denn da populär war, das Sony E-Mount-System. Und dann halt Micro Four Third, wo wir zum Teil für Olympus und für Panasonic natürlich sehr schöne Objektive haben. Aber sehr viel werden die ja auch benutzt für Videokameras. Das heißt Z-Cam, Blackmagic und so weiter, die ja alle mit dem Micro Four Third Bionet arbeiten. Von daher, falls da jemand übrigens Angst hat mit dem Thema Micro Four Third, es geht intensiv weiter, weil es einfach wahnsinnig viele Kameras draußen gibt und im Videobereich natürlich auch extrem verbreitet sind. Wie gesagt, nicht nur bei Panasonic, sondern auch dann bei unseren schönen Marken Z-Cam, Blackmagic und so weiter, die also sensationell gute Kameras im Micro Four Third Bionet haben. Und wir haben noch mal ganz klein ein paar Objektivchen für Nikon klassisch Spiegelreflex. Die kann man dann auch schön immer an die anderen her adaptieren. Okay, die hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Also das sind wirklich nur ganz, ganz wenige. Das ist ein 40er, sehr kleines, sehr, sehr schönes, tolles Objektiv. Ein 2.0, 40er und ein 1.4, 58er. Das sind also die beiden Objektive. Insgesamt sind es vier Objektive, die wir da haben, weil wir uns gerne den Luxus leisten, Objektive in zwei verschiedenen Farben anzubieten. Und das haben wir bei den Nikon-Anschluss-Objektiven auch, in Silber und in Schwarz. Ja, das habe ich auch in den ganzen Objektiv-Beschreibungen schon gesehen, als ich mal durchgeblättert habe. Und ich möchte ja heute mal mit den E-Mount-Objektiven starten, weil natürlich klar, ich ja meistens mit Sony unterwegs bin und ich würde das mal in dem Fall ganz einfach machen. Ich würde als erstes mal auf die Webseite gehen. Dafür blende ich dich einmal ganz kurz aus, Martin. Da keine Angst, du kommst natürlich wieder. Das ist nur eine Entschuldigung. Ich muss eigentlich nach hier unten. Und dann gehen wir einmal auf meinen Laptop. Und da habe ich die Seite auch schon geladen für euch alle. Ja, das könnt ihr also sehen unter voogländer.de. Ja, findet ihr oben die Objektive. Und wenn ihr da auf E-Anschluss klickt, dann kommt ihr genau dahin, wo ich jetzt gerade bin. Und ich sehe hier direkt als erstes schon ein super interessantes Objektiv, das hier auch bei mir auf dem Tisch steht. Und deswegen blende ich euch das jetzt auch einmal wieder zurück. Martin, du bist jetzt auch gleich wieder zu sehen. So. Ja, und zwar das 10 Millimeter. Ich zeige euch das auch nochmal nah an die Kamera, dass ihr es schon einmal sehen könnt. Hier. Ja, ist ja der Vorteil, dass ich immer eine Kamera auch im Nahbereich habe. Das ist wirklich klein und wirklich leicht. Aber 10 Millimeter, das ist halt wirklich eine extreme Brennweite. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Livestream gesehen habt, wo ich das neue 1224 Sony G Master ausprobiert habe. Und ich bin ja nicht so der Weitwinkeltyp. Aber das hat mich so umgehauen. Und diese 12 Millimeter schaffen eine so wahnsinnige Perspektive und 10 Millimeter nochmal 2 Millimeter weniger. Puh, das ist echt, echt was für Spezialisten, oder? Wie siehst du das, Martin? Absolut. Also es gibt ja viele Leute, die dann immer sagen, also das hat man ja auch schon immer beim Thema von 14 auf 12, dann so die 12 auf die 10 Millimeter. Das sind ja nur 2 Millimeter. Im Tele-Bereich ist das nichts. Aber im Weitwinkel-Bereich sind es Welten. Das ist einfach nochmal wirklich 10 Grad mehr. Das klingt auch erstmal nicht ganz so viel, aber es ist einfach eine komplett andere Bildwirkung. Da Obacht, man muss üben. Ich sehe immer wieder, dass Leute komplett verzweifelt sind, auch wenn wir Schulungen machen. Und da probiert man dann auch mal natürlich ein bisschen extremere Objektive aus, wie das 10 Millimeter. Und wer das nicht gewohnt ist, macht erstmal merkwürdige Bilder, um es vorsichtig zu sagen. Aber da hast du selber ja auch schon sehr wahrscheinlich die eine oder andere Erfahrung gemacht, auch beim Umstieg von den 12 Millimetern auf die 10 bei dir. Also man muss halt wirklich hingehen und muss halt das Motiv sich ganz gezielt aussuchen. Man muss wirklich auf alles achten, weil es sind Sachen drauf, die man auf normalen Objektiven einfach nicht drauf hat im Vordergrund. Und ich mache das, kann ich ja mal erzählen, auf den Messen immer so, dass ich den Leuten meine Kamera an die Hand gebe, wenn sie das 12 Millimeter testen wollen, weil die kommen immer und fragen mich ja danach. Und dann drücke ich ihnen im Prinzip ja die Kamera an die Hand, das heißt so einen ausgestreckten Arm, ja, davor hier, so ungefähr so einen, Moment, ich stelle mich mal an die Seite, dann könnt ihr das sehen. So ungefähr ist der Abstand, den ich zu der Person habe, also so 50, 60 Zentimeter. Und was ich dann immer mache, ich blende dich noch einmal ganz kurz aus, damit alle es sehen können. Ich stelle mich so in 50 Zentimetern Abstand und ich habe so ungefähr 2 Meter Spannweite, ne, vor die Leute. Und es glaubt mir immer keiner, aber ich bin komplett drauf, ja, von links nach rechts bei einem Abstand von 50, 60 Zentimetern bei 12 Millimetern. Das ist so krass. Man kann da wirklich, wirklich tolle Bilder mitmachen. Man muss aber, wie du schön gesagt hast, eine ganze Ecke üben. Martin, du bist jetzt auch gleich wieder im Bild und ich würde vorschlagen, wir gucken uns mal an, was für Bilder man denn damit machen kann. Ich habe ja im Vorfeld gefragt, ob ihr ein paar Demo-Bilder habt und ich weiß, hier unten auf eurer Webseite, das blende ich mal gerade wieder ein, kleinen Moment. So, da sind wir. Und hier unten auf der Webseite, da gibt es ja verschiedene Fotografen, die damit gearbeitet haben. Also wenn ich jetzt mir hier ein Bild aussuche und dann da draufklicke, ja, dann geht hier unten schön die Webseite auf und man kann sich die Bilder auch wirklich mal angucken. Und mit 10 Millimetern ist ja natürlich gerade bei Architektur der absolute Wahnsinn bei Landschaftsfotos. Und ich glaube, wenn ihr euch das mal anschaut, dann ist das ein absolutes Highlight. Und die Sabrina hat mir vorhin erzählt, ihr dürft auch gerne eigene Bilder einreichen. Also wenn ihr mit einem solchen Objektiv Bilder gemacht habt und ihr wollt die auf der Webseite sehen, dann nutzt da mal die Möglichkeit und schickt die mal an Vogtländer direkt. Dann seid ihr vielleicht auch bald hier auf der Webseite und könnt eure Bilder zeigen. Finde ich eine total interessante Geschichte, war mir so gar nicht bekannt. Ja, und das bringt uns auch immer sehr, sehr interessantes Feedback. Ich finde das viel schöner als einfach nur, dass Leute dann schreiben, ist ja alles ganz toll. Wir leben ja von den Bildern und schauen uns auch gerne Bilder an. Und es ist immer wieder toll, was dann auch als Geschichte noch mit dazu geschrieben wird. Und ich finde es immer faszinierend, wenn dann Leute sagen, so ganz begeistert und gerade beim 10 Millimeter, ich habe neu gelernt zu sehen. Ich habe wieder meine bekannten Objekte bei mir in der Umgebung wieder neu gelernt zu sehen, neu Motive empfunden. Also das ist von daher eine sehr, sehr coole Geschichte. Und ich schaue gerade hier auch so ein bisschen im Chat mit nach. Also da gibt es ja einige, die das schon haben, die da auch sehr, sehr begeistert davon sind. Grob haben wir natürlich an der 7.3er nicht. Ist ja eine Vollformatkamera. Das wurde aber auch schon beantwortet. Genau, macht Spaß, das Teil. Kann man wirklich empfehlen. Da hat noch einer das 5.10er. Das ist ja auch sehr schön weitwinkelig. Und da ist natürlich vor allem auch, wie bei den 10 Millimeter, wie du es schon angesprochen hast, die Größe ja interessant. Das nehme ich halt auch mal mit. Ein 1224 G-Master einfach mal so mit in die Tasche nehmen. Das überlege ich mir, ob ich das mit auf den Berg nehme. Das 10 Millimeter habe ich schon sehr häufig mit auf den Berg gehabt. Einfach, weil es ja mitzunehmen ist. Das ist ja von der Größe, vom Gewicht her sehr, sehr, sehr interessant. Genau. Ich habe gerade übrigens gesehen, war mir gar nicht bewusst, der Benny Rebel hat auch ein paar Bilder bei euch stehen. Schöne Grüße übrigens nach Hannover. Und Benny, wenn er jetzt gerade in Deutschland ist, was ich glaube ich nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe seinen Chat irgendwann gesehen, er ist unterwegs. Aber wenn er mich hört oder wenn er uns hört. Hast du gesehen, dass er am Flughafen bestohlen würde? Oder nee, im Zug zum Flughafen haben sie ihm alles gemobst. Das habe ich nicht mitgebracht. Aber der Mann hat hervorragendes Karma. Wer ein netter Mensch ist, dem passieren da immer nette Sachen. Es wurden ihm aber ganz schnell nach Frankfurt Sachen geliehen. Also alles gut. Der ist zu seinem Workshop. Stell dir das mal vor, du gehst zu einem Workshop ohne Ausrüstung. Der einzige Kamera, die du dabei hast, kann telefonieren. Ja, das ist ja wirklich Katastrophe. Ich habe ja immer so einen großen Koffer dabei mit allem möglichen Zeug. Wenn der weg wäre, wäre schwierig. Den Alex Heinrichs habe ich gerade noch gesehen. Auch spannend, weil mit dem habe ich ja auch schon einen Livestream gemacht. Also finde ich richtig, richtig cool. War mir nur gerade aufgefallen. Lass mich aber noch einmal kurz die Größe zeigen. Ich habe jetzt absichtlich mal das 10 mm an meine 7S III angeschlossen. Und da könnt ihr dann sehen, wie klein und kompakt das ist. Und ich halte euch mal zum Vergleich mein 55 1.8. Weil das kennen doch sehr, sehr viele Leute. Einfach mal daneben. Da seht ihr den Unterschied. Also das 55er ist nicht ganz doppelt so lang. Aber fast, so geht es so in die Richtung. Und von dem Durchmesser ist es auch fast identisch. Das 10 mm ist ein ganz, ganz kleines bisschen dicker. Aber das ist wirklich super kompakt. Und ja, Störlichtblende ist übrigens aus Metall. Ist ja auch bei so einer gebogenen Frontlinse richtig sinnvoll. Weil die sollte möglicherweise... Das muss geschützt werden, ja. Genau. Ja, das sind ja immer so Sachen. Und ich habe auch gesehen, hier im Lieferumfang habt ihr so einen schönen Metalldeckel mit dabei. Sollte man auf jeden Fall wissen. Weil gerade stark gebogene Frontlinsen sind da einfach sehr, sehr anfällig. Da stößt irgendwas dran. Und da sieht man es halt, weil sich das Licht halt drin bricht. Deswegen super gut. Macht mechanisch einen tollen Eindruck. Und ich bin schon echt gespannt. Ich habe jetzt mal ganz kurz getestet, aber noch nicht wahnsinnig viel. Trotzdem würde ich ganz gerne vielleicht die Möglichkeit nutzen und nochmal ein paar Bilder zeigen. Damit wir auch so ein bisschen mehr über Bilder sprechen. Sehr schön. Und ja, ich habe hier die Bilder schon in meinem Rechner quasi eingespielt. Ich springe mal gerade wieder dahin. Meine Maus hängt wieder ein bisschen. Bei mir dauert es immer ein bisschen beim Umswitchen. Sorry dafür. Und ja, Martin, du müsstest die Bilder jetzt auch sehen. Solche Sachen sind halt absoluter Knaller. Da kriegt man sofort Lust, da hinzufahren und einen Spaziergang über den vereisten Strand zu machen. Finde ich richtig cool. Und das Schöne ist ja auch, dass wir hier aufgrund der geringen Brennweite ja einen enormen Schärfebereich haben. Dass wir halt wirklich, selbst wenn wir nur so mittlere Blende abblenden, quasi von vorne bis hinten alles scharf haben. Also das ist unwahrscheinlich schön. Und das hilft natürlich dann auch dem Bildeindruck. Klar, das Bild bekommt sofort Tiefe. Wenn ich mir vorstelle, dass das mit 10 Millimetern gemacht ist, dann muss das in Wirklichkeit ganz schön eng sein da. Weil es sieht wahnsinnig groß aus. Also wenn ihr Architektur fotografieren wollt, je kürzer die Brennweite, desto größer wirkt der Raum. Das hier muss wirklich eng sein, wenn man sich das anschaut und überlegt. Aber das ist natürlich ein Bild, was auch schön eingerahmt ist. Und ich blätter einfach mal langsam durch, damit ihr so ein bisschen seht, was man mit so einer extremen Brennweite eben machen kann. Haupteinsatzgebiet ist natürlich Architektur und Landschaft. Klar. Wow, finde ich auch gut. Oh, okay. Ja, so der Klassiker, Vordergrund macht Bild gesund, ist natürlich hier beim Weitwinkel absolutes Motto. Jetzt hast du schon wieder das angesprochen, was ich dich jetzt eigentlich gerade fragen wollte. Aber sehr gut. Meine Frage wäre gewesen, worauf muss ich denn achten? Weil wir haben ja eben gerade schon erzählt, bei so extremen Brennweiten muss ich immer das Fotografieren, das Sehen neu lernen. Ich muss ja so ein bisschen darauf achten, wie ich meine Bilder gestalte. Und eine wichtige Geschichte ist, bei extremen Brennweiten den Vordergrund zu berücksichtigen. Da muss was sein. Wenn da nur platte Fläche ist, sieht es meistens nicht gut aus. Genau. Und woran ich natürlich denken muss, ist, dass die Ränder, das hat ja mit Verzeichnung eigentlich nichts zu tun, also mit dem optischen Fehler, sondern dass schlicht und ergreifend mir ja die Ecken aufgrund der physikalischen Bedingungen wegfliegen. Das heißt, damit Gruppenaufnahmen zu machen, das könnte Probleme mit der Verwandtschaft geben, mit den Kollegen und Verwandten, die am Rand stehen. Weil die sehen irgendwie doppelt so dick aus. Also du meinst, wenn ich das nächste Mal auf ein Gruppenfoto auftauche, immer in die Mitte stellen? Genau. Egal, was von Objektiv ist, immer besser. Du siehst wirklich dann auch die Profis. Ich gucke dann, wenn ich sehe, dass jemand mit Weitwinkern fotografiert, gucke ich wirklich auch dann, dass ich mich möglichst in die Mitte geselle. Sonst gerne auch mal am Rand, aber noch eher in die Mitte. Also das ist für das Thema Porträt, außer ich verwende es natürlich als gestalterisches Mittel, dass ich halt wirklich das so ein bisschen betonen möchte und so ein bisschen schräg. Weil klar, wenn ich jemanden von unten fotografiere, der hat drei Kilometer lange Beine. Also das ist dann wirklich schon eine sehr extreme Geschichte. Wenn ich es als Stilmittel nutze, gerne, aber bitte nicht, wenn das ein normaler Mensch ist. Wo du gerade sagst, lange Arme, lange Beine, kann ich mal ganz kurz deinen anderen Ordner zum Vergleich heranziehen. Ganz kleinen Moment, ist hier im YouTube-Ordner. So, da habe ich nämlich die Bilder von dem 12 Millimeter drin, auch in der Auswahl. Das habe ich nämlich absichtlich gemacht aus diesem Grund. So, und das sind nur 12 Millimeter, ne? Nur, dass ich es einfach mal gesehen habe, mit Rucksack und mit Stativ und, ja. Einmal auf der Streckbank, ja? Genau, so fühlt es sich auf jeden Fall an. So, ja, es ist natürlich wirklich prädestiniert für genau solche Sachen. Hier sieht man wieder das Thema Vordergrund ganz schön. Ja. Auch interessant, hier der Sonnenstern, ne? Ja. Weißt du, wie viele Blendenlamellen es hat? Also es macht auch sehr, sehr schöne Sonnenstern. Wie bitte? Ja, weißt du, wie viele Blendenlamellen es hat? Neun, glaube ich, oder? Ich kann es jetzt sehr, sehr schwer sehen, weil es doch sehr klein ist. Es müsste jetzt sehr nah ran. Ja. Aber hier kann man ja den Sonnenstern ganz gut sehen. Ja, es müssten 1, 2, 3. Ja, die zwei anderen kann man nicht sehen, weil der helle Himmel dahinter ist, wahrscheinlich. Dann sind es neun, würde ich auch tippen. Mach mal eine grobe Geschichte. Aber vielleicht weiß es ja sogar einer unserer Zuhörer, sodass er da das Ganze denn auch hier kommt. Ja, wir können es ja mal vergrößern. Guck mal, da kann man es ja auch sehen. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also zehn. Ja, zehn sogar. Systema. Also wir haben neun plus eine Bonuslamelle. Genau. Die extra für gut so gerne ist. Jetzt neun mit Bonuslamelle, ja. Ich verstehe, ich verstehe. Wie so der Aale-Vergäufer, oder? Da will ich jetzt auch hin übrigens, nur so nebenbei. Ja, sehr schön. Da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Ja, Traum. Also wirklich, das Verblüffen ist wirklich, wenn man so ein Objektiv mit auf einen Workshop bringt, die Leute sind komplett verblüfft, weil man hat ja so ein gewisses Gefühl für Fotos. Und das bringt viele nochmal etwas aus der Ruhe, weil wenn ich damit dann durch die Stadt laufe, ich sehe komplett anders. Das sind 130 Grad Bildwinkel, die wir ja bei so einem Objektiv haben. Also das ist schier Wahnsinn. Ja. Ihr habt jetzt so ein bisschen gesehen, was man denn damit anstellen kann. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, gibt es noch Fragen im Chat? Ich habe noch nicht reingeschaut, habe ich noch nicht geschafft nebenbei. Ich gucke mal. Vielleicht haben wir ja nochmal was. Da haben wir das 10 Millimeter, da haben wir 15 Millimeter. Kopffaktor hast du schon beantwortet. Das sind Vollformat-Objektive, ja, für den großen Sensor. Den kann ich, zeige ich euch nochmal den Vergleich. Moment. Ich habe die Sensoren hier immer auf dem Tisch liegen, weil das ja bei mir immer ein ganz wichtiges Thema ist. Das hier ist also der APS-C-Sensor, den ihr hier seht. Ja, ausgebaut, so sieht der aus. Und hier hinten haben wir den Sensor aus der Alpha 7 Serie oder Alpha 9, den Vollformat-Sensor. Und der ist halt einfach noch 2,4 Mal größer. Das kann man dann hier ganz gut sehen. Und wichtig ist immer, dass euer Objektiv, wenn ihr es mit voller Leistung nutzen wollt, den ganzen Sensor auch mit Licht füllt. Das heißt, ihr könnt zwar immer auch ein APS-C-Objektiv an der Vollformat-Kamera machen, aber dann habt ihr natürlich eine niedrigere Auflösung oder eben dunkle Ecken. Umgekehrt geht natürlich problemloser. Und die Objektive, über die wir jetzt sprechen, das sind die Objektive für die Alpha 7 Serie. Die haben also den großen lichtempfindlichen Sensor. Und damit natürlich dann habt ihr auch die volle Leistung mit dem Objektiv immer. Das muss man ja auch dazu sagen. Genau. Aber ich kann sie natürlich auch, jetzt habe ich hier so eine 6600er, Ich kann die Objektive völlig problemlos natürlich an einer APS-C-Kamera verwenden. Logisch, dann habe ich natürlich bei den 10 Millimeter Brennweite keine 130 Grad mehr, sondern nur noch die 110 Grad, die einem 15 Millimeter entsprechen. Ja, genau. Also man kann das immer, wie gesagt, nutzen. Dann muss man halt berücksichtigen, dass die Wirkung eine andere wird. Die Brennweite bleibt ja identisch, aber die Wirkung wird eine andere. Okay. Schöne Grüße. Wir sind übrigens international. Schöne Grüße nach Zagreb. Schöne Grüße an alle anderen. Ich habe jetzt nicht alle einzeln vor. Stellt bitte weiter eure Fragen. Und ich würde vorschlagen, wir kümmern uns einfach mal schon um das nächste Objektiv und gehen mal einen Schritt zurück. Und das wäre das 15 Millimeter. Auch eine super beliebte Brennweite. Und viele Leute kennen das ja eher aus den Zoom-Objektiven, so ein 16, 35. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Aber das ist ja noch mal kleiner. Hast du das eigentlich da zum Zeigen? Genau, ich habe es gerade hier. Ich zeige das mal. So, 15er. Ist im Prinzip von der Größe her sehr vergleichbar dem 10er. Alles mehr oder weniger von der Bauart ähnlich. Wir haben hier ja eine 4,5er Lichtstärke. Das 10er hat 5,6. Also hier eine sehr runde Geschichte über eine besondere Ausstattung, über die sich die Filmer ja besonders freuen. Werden wir später sicherlich mal sprechen. So, da gucken wir nachher mal. Aber sonst im Prinzip alles das, was wir eben für das 10er gesagt haben, gilt auch für das 15er. Wie gesagt, statt den 130-Grad-Bildwinkel haben wir hier dann die 110-Grad-Bildwinkel. Ich kann ja ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen vielleicht gerade. Ich war ja jetzt die letzten Wochen viel unterwegs und war viel im Fotofandel unterwegs. Und die sind ja auch alle immer noch offen. Das finde ich immer auch ganz cool. Die bieten euch immer noch alle Unterstützung an. Ich war halt auf einer Messe. Und mich fragen ja viele Leute, welches Objektiv soll ich denn kaufen? Viele Leute suchen nach einem Weitwinkel. Und dann gibt es bei Sony ja immer das 1224 oder das 1635 zur Auswahl am Stand. Und ganz viele Leute erkundigen sich nach dem 1224. Und ich frage immer, was wollt ihr machen? Weil, sind wir ehrlich, 1224 ist super extrem. Für die meisten ist eher ein 1635 sinnvoller. Also wenn ihr in diesen Weitwinkelbereich einsteigt, dann würde ich nicht mit dem ganz extremen, also ich würde es nicht machen, mit diesem ganz extremen starten. Hier sehe ich es ähnlich. Ich glaube, das 15er ist für eine viel größere Gruppe interessanter als das 10er. Das 10er ist halt super, super speziell. Aber ich würde sagen, das 15er ist ein bisschen universeller einzusetzen. Wie siehst du das? Ist das auch dein Eindruck? Also für viele ist das, ich provoziere mal, das 15er ist das bessere 10er für viele. Weil ich kann mich damit in den Weitwinkelbereich mal vortasten. 10 Millimeter ist echt heftig. Da muss ich mich wirklich gut dran gewöhnen. 15 Millimeter kann man mehr oder weniger jedem in die Hand drücken. Und er wird gute bis sehr gute Bildergebnisse bekommen. 10 Millimeter, das ist so ein bisschen wie, es gab mal einen traumhaft schönen Werbespruch von Bordeaux-Weinen. Das ist bestimmt schon 30, 40 Jahre her. Diese Werbung war wie folgt. Es dauert lange, bis man ein Kenner des Bordeaux-Weines ist. Aber es ist eine schöne Zeit. Und ähnlich ist es hier auch. Also das ist dann allerdings keine schöne Zeit, sondern das ist eine harte Zeit, wo ich wirklich durch eine harte Schule gehen muss. Viel üben, wahnsinnig viel machen. Und das 15er ist deutlich einfacher. Und zum Thema Autofokus. Wir haben ja alles nur manuell Fokus-Objektive. Ich stelle mal hier das Objektiv und Weitwinkel und dann hauen wir das einfach mal so auf Blende 8, so typische Landschaftsgeschichte. Und dann sehen wir, wir haben hier dann, wir haben ja immer unsere schärfentiefen Skalen. Hyperfokale Entfernung ist ungefähr ein Meter beim 15 Millimeter. Martin, du bist so schnell. Lass uns das noch mal langsamer zeigen. Also, ihr habt auf dem Objektiv eine Skala, wie es ja bei den manuellen Objektiven üblich ist. Und die gibt um den Punkt an zwei Linien. Vielleicht zeigst du das noch mal genau, damit man auch weiß, wie man es nutzen muss. Ich blende dich mal weg, dann sieht man es sehr wahrscheinlich noch besser. So, du hast mich in der Mitte so dran. So, das heißt, wir haben hier so einen mittleren Punkt. Den kleinen Runden, genau. Genau, und dann sehen wir links und rechts davon quasi die Offenblende, in dem Fall 4, 5, dann 5, 6, 8, 11, 16. Nach beiden Richtungen. Wichtig, das geht nach beiden Richtungen, genau. Und wenn ich jetzt bei Blendenwert 8 bin, dann geht es in deinem Fall von 0,5 Meter bis unendlich. Das heißt, alles, was einen halben Meter entfernt ist, ist oder weiter, ist scharf. Genau, also super einfach, wer sich da reinarbeiten will, Thema hyperfokale Entfernung und so weiter, da gibt es rechte und so weiter, brauche ich ja eigentlich alles gar nicht, sondern es steht ja auf dem Objektiv drauf. Ich gucke dann einfach nur, sag halt, ich will jetzt bis 10 Meter oder bis unendlich scharf haben, stelle das dann entsprechend auf meine Blende ein, auf die rechte Seite und bei der linken Seite habe ich dann meine Anfangsentfernung. Also alles eine super einfache Geschichte. War früher normal, dass die Objektive das hatten. Wir haben das heute immer noch drauf. Bei den Autofokus-Objektiven mit Focus by Wire und so weiter geht das natürlich nicht. Außer man macht da wie ein Hersteller oder zwei Hersteller lustige OLED-Displays drauf, die das dann anzeigen. Also das ist dann schon ein bisschen sehr weit geschossen. Hier sehr einfache Geschichte. Ich habe das sofort auch ganz schnell drauf. Und das ist natürlich dann auch bei später, wenn wir über die normalen Weitwinkel-Objektive, so 21 Millimeter und aufwärts sprechen, sehr schöne Schnappschusseinstellungen dann auch. Ich habe hier gerade bei dem 10 Millimeter mal auf unendlich gestellt bei Blende 8. Da komme ich dann auf jeden Fall deutlich unter die 30. Da ist nämlich die Skala zu Ende. Das heißt, so ab 25 Zentimeter ist alles scharf. Nur damit ihr eine Vorstellung habt. Wer Angst hat, dass das Ding keinen Autofokus hat, forget it. In dem Bereich vollkommen egal. Okay. Du hast es gerade schon gesagt. Weiter geht es mit der 21er Brennweite. Und da habt ihr gleich zwei verschiedene Objektive im Line-Up. Jetzt muss ich kurz was dazu sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich war jetzt lange zum Beispiel mit dem Sony 20 Millimeter 1.8 unterwegs. Gerade beim Filmen ein absoluter Knaller. Diese 20 Millimeter. Gerade für Vlogger. Weil man einfach super, wenn man die Kamera selber in der Hand hält, sich filmen kann. Und jetzt ist es so, bei mir persönlich, weil ich bin ja relativ groß, würde das 24er auch funktionieren. Ich weiß nicht, alle Leute haben so lange Arme wie ich. Das 20er ist meistens deutlich angenehmer. Und dafür ist es eigentlich super. Also neben dem ganzen Fotografieren. Weil unter 24 ist für viele auch eine gute Ergänzung für ihr Standard-Zoom-Objektiv. Da hast du halt ein 24 105 oder ein 24 70. Und mit den 21 oder mit den 20, da kommst du in einen Bereich, der fotografisch auch super interessant ist. Und rein zufällig habe ich gerade auf der A7C, das ist ja so die typische Vlogger-Kamera, mit dem digitalen Mikrofon, habe ich das 3521er drauf, weil das natürlich super schön zur 7C passt. Weil es klein und leicht ist. Sehr schnell, sehr einfach bedienbar ist. Auch super schön beim Thema Schnappschuss. Sehr schön dann auch einstellbar ist. Ich habe das sehr gerne so auf den Meter 20 einstellen, weil da habe ich im Prinzip alles so von ganz grob 60 Zentimeter. Das ist ja so unsere etwas nähere Spannweite von 60, 70, 80 Zentimeter bis hin zu, ich glaube, 2 Metern oder was. Ja, bis etwas über 2 Meter habe ich dann scharf. Und das können wir uns auch gleich mal anschauen. Ich schalte mal um, schalte mich mal im Keying weg. Ja, sehr schön, du machst das auch mal leicht. So und dann gucke ich mal, wie das dann so aussieht. Also das ist hier so am Arm und dann kann man dann schön dann und einen erzählen und wie das alles so ist. Und kann sich hier mal so umgucken, wie das hier so aussieht und kann das dann schön erzählen. Also das ist eine coole Geschichte. Es kann weiter weg auch gehalten werden auf einem Stativchen, geht es dann natürlich auch noch ein bisschen höher. Ich kann es aber auch näher machen. Und da sind wir natürlich wieder das, was ich angesprochen habe, dass das natürlich für Porträts im ganz nahen Bereich doch eher problematisch ist. Wir können aber auch schön wirklich nahe rangehen. Also da auch eine sehr, sehr schöne Schärfe. Aber man sieht das. Also sehr, sehr universell da verwendbar mit diesem schönen Objektivchen. Und da ist es natürlich gerade so zum Pflocken, ist das ein geiler Scheiß. Da sieht man wieder den Profi mit Greenscreen und gekieht und alles dazu. Hallo. Der kann, der kann. Alles klar, ich verstehe Martin, ich verstehe. Ja, kannst du vielleicht noch kurz was zu den Unterschieden sagen? Ihr habt ja einmal das Colorscopar und einmal das Nocturne. Und Nocturne sind ja immer eure Besonderheit. Ja, wir sagen natürlich ganz deutsch nicht Colorscopar, sondern Colorscopar. Oh, Entschuldigung. Und Nocturne, da spielt ja so ein bisschen das Thema Nocturne die Nacht denn da mit. Andere nennen ihre Objektive die besonders lichtstärkste Noctiluxe. Bei uns ist es halt dann das Nocturne und das 21er hat dann eine Lichtstärke von 1,4. Ist allerdings auch, ich mache es mal hier von der 7C ab, natürlich eine ganze Ecke größer als das 3,5er. Logisch, Lichtstärke braucht Platz, Lichtstärke braucht auch Gewicht. Aber von daher eine sehr coole Geschichte. Ich habe ja das 21er auch hier. Das 21er hast du, glaube ich, auch, ne? Genau, das habe ich auch hier. Und ich habe ja auch schon ein bisschen damit gespielt. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich nutze es auch, wie gesagt, häufig hier an meiner Kamera im Studio. Also hier vorne dran ist zum Beispiel auch ein 20er, damit ich halt einfach den ganzen Tisch draufkriege und ihr alles sehen könnt. Was mir richtig gut gefallen hat, ist zum einen natürlich die Verarbeitung. Und die zeige ich euch mal. Da muss ich sagen, wirklich vorbildlich, Metallstörlichtblende, richtig toll. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Moment, ich mache es mal an meinem Mikrofon hier. Da, ihr könnt das hören. Die schön rastende Blende, ne? Klar? Ja. So wie sich das gehört. Die Entfernungsskala, ein schöner breiter Ring zum Scharfstellen. Also das muss ich wirklich sagen, mechanisch wirklich ein Traum. Macht echt Spaß. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, filmen. Und was mir dann immer einfällt, ist, ja, die D-Click-Funktion. Die kenne ich bei den Bartes-Objektiven. Du hast mir vorhin gesagt, das geht bei dem auch. Aber ich weiß noch nicht, wie. Erzähl mal. Was muss ich machen? Du gehst hin, nimmst das Objektiv. Und wenn du es an der Kamera hast oder das Objektiv aufrecht stehen hast, ziehst du einfach diesen vordersten Ring. Also da sind zwei kleine Knubbels dran. Ja. Den ziehst du zu dir oder nach unten. Moment, ich zeige das. So, Moment, da. Da vorne ist so ein Ring. Ihr könntet den sehen, der bewegt sich da. Guckt mal. Ja, das ist kein Defekt. Der muss sich bewegen. Ja. So, den nimmst du und drehst den gegen den Uhrzeigersinn. So, wie war die Uhr? Und dann ziehst du plötzlich, dass aus dem weißen Punkt, da war jetzt ein gelber Strich. Da hast du jetzt nochmal drüber gedreht. Man kann das ja auch komplett drehen. Dass der gelbe Strich, das rastet dann auch so ein bisschen ein. Der gelbe Strich. Oder da. Der gelbe Strich dann quasi statt. Ja, ich habe es schon gesehen. Ich wollte nur mal gucken, ob es in beide Richtungen geht. Und das geht. Ah ja, okay. Ja, man kann das 300-Sicht. Ich probiere auch immer alles aus, weißt du doch. Richtig so. Und jetzt läuft der butterweich und nichts mehr klickt. Also, das kann ich euch jetzt nicht hörbar machen, weil ihr hört einfach nichts. Wie wir hören, hören wir nichts. Und das ist halt ein absoluter Zeichen für die Filme. Von den Loxias, da habt ihr hier unten halt die Möglichkeit, das umzustellen. Das ist das, was ich kenne. Das kann ich jetzt auch noch nicht. Das war mir auch noch gar nicht bewusst. Jetzt muss ich allerdings gestehen, ich habe es meistens im Moment auf dem Stativ benutzt. Deswegen war es jetzt bei mir für das Film nicht ganz so extrem. Cool. Das haben wir also auch zum Beispiel beim 15er. Da haben wir das auch so. Das ist eine etwas andere Mechanik. Da muss ich nach vorne drücken. Aber in dem Augenblick, wo ich irgendwo ein Objektiv habe, was diesen gelben Strich denn da so irgendwo hat, dann weiß ich, das ist eines mit einer D-Click-Funktion. Das ist eine relativ aufwendige Mechanik, aber die Filmer lieben das halt. Das haben wir auch deswegen bei allen Micro Four Third Objektiven, weil die halt extrem viel fürs Filmen verwendet werden. Bei den E-Objektiven haben wir es nur zum Teil drin. Okay, gut zu wissen. Ihr könnt mir mal in den Chat schreiben, ob ihr das wusstet, dass es eine D-Click-Funktion gibt, weil ich habe das irgendwo mal gelesen, aber ich kannte das halt bei den Logsia-Objektiven. Bei denen kannte ich es jetzt nicht. Bei den Sony-Objektiven gibt es ja auch einen Schalter. Aber bei den Vogtländer war es mir wirklich neu. Von daher richtig coole Geschichte. Schreibt das mal in den Chat und schreibt mir auch vor allem mal rein, welche von den Weitwinkel-Brennweiten ihr denn am interessantesten findet. Also die 10, die 15 oder die 21 Millimeter. Weil Weitwinkel ist ja so ein ganz bestimmtes Gebiet und das sind ja doch schon sehr, sehr unterschiedliche Objektive. Gibt es noch einen anderen wichtigen Bildqualitätsunterschied zwischen dem 1,4er und dem 3,5er? Ja, also die Objektive sind unterschiedlich in der Charakteristik. Es ist klar, dass 3,5er, so was schüttelt heute ein Objektivkonstrukteur natürlich aus dem Ärmel. Mit einer Anfangsschicht von 3,5 kann es eigentlich nur gut sein. Bei dem 1,4er, das holt man sich ja nicht, um es abzublenden, sondern damit möchte man natürlich sehr, sehr gerne auch mit dem Thema Freistellung arbeiten. Das Gute ist, dass wir hier auch wirklich schon bei 1,4er eine hervorragende Abbildungsleistung haben, ist ja auch eine Asphäre mit drin, sodass wir hier wirklich von Anfang an eine supergute Qualität haben. Und auch das 3,5er ist ja auch ein asphärischer Objektiv. Warte, ob du das noch erklären willst? Machen wir gleich. Ich muss nur eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich erinnere mich, dass wir im März die ersten Online-Trainings geplant haben mit meinen Kollegen zusammen. Und das erste Meeting, in dem wir alle saßen, da waren meine Kollegen doch sehr, sehr, sehr überrascht. Und zwar von meinem Bild. Ich hatte nämlich damals meine Alpha 7 III aufgebaut, meinen 24-1,4G Master abgestellt und das als Webcam verwendet. Und normalerweise ist man ja gewohnt, so ein Webcam-Bild, und es sieht irgendwie nicht gut aus. Mit meinem 24er aber war es halt so, dass der Hintergrund wirklich komplett unscharf war. Es sah richtig gut aus, weil auch Nahbereich. Und meine Kollegen haben alle gesagt, wie sieht dein Webcam-Bild denn so gut aus? Und ich sage, ich habe halt eine richtige Kamera aufgebaut. Das war so mein Punkt, wo so lichtstarke Weitwinkelobjektive so das erste Mal von den Kollegen wahrgenommen wurden. Ich mag das ja gerne. Ich arbeite ja gerne mit Schärfe und Unschärfe. Und wollte ich euch nur mal so als Geschichte mitgeben, da denkt man bei 20 mm nicht dran, ist aber ziemlich wichtig. Ja, also können wir hier auch gleich mal ausprobieren, am wahren Objekt. Ja, mach mal wieder auf. Dann schalte ich nicht einmal größer, dann kann man es auch ganz groß sehen. Genau. Sodass ich also wirklich hier, halt ich mache mich mal dann da weg, sodass ich hier, da muss ich aber dann schon gucken, dass ich scharf bin. So, und da sehen wir, dass der Hintergrund schon wirklich in die Unschärfe reingeht, dass das also wirklich isoliert ist. Wenn ich jetzt hier so gucke, halt, muss ich mich mal scharf stellen. Ja, das kann man gut sehen. Also extremes Spielen mit der Schärfe, trotz, wir sprechen hier von 21 mm, trotz dieser enormen Brennweite oder diesem enormen Weitwinkel möglich. Also das ist schon eine sehr, sehr coole Geschichte. Bei 50 mm, 85 und so weiter, da kennen wir das alles mit dem geringen Schärfenbereich. Hier ist es natürlich so, dass im starken Weitwinkelbereich ist schon was Besonderes und es ist halt ein ziemlich cooler Look, den viele Leute mittlerweile mögen. Ja, dann würde ich vorschlagen, lass uns mal zu den Brennweiten gehen, die ein bisschen mehr in den klassischen fotografischen Bereich gehen. Und ja, ich sage es ja immer wieder, ich habe zwei Lieblingsbrennweiten. Das eine ist 135, wenn es um Tele geht und das zweite ist 35, wenn es um, ja, die normale Fotografie geht. So der klassische Reportage-Style. Das ist so wirklich meine Lieblingsbrennweite. Und auch da habt ihr zwei Objektive und zwar einmal ein 35mm 1.2, was ja extrem lichtstark ist und ein 35mm 1.4. Das ist ja jetzt relativ nah beieinander, aber das Noctone 1.4 ist ein Classic-Objektiv. Genau. Und man kann so als grobe Faustregel sagen, dass die Classic-Objektive immer so ein bisschen so einen klassischen Touch haben. Das heißt, wenn ich die offenblendig einsetze, habe ich natürlich diesen riesen Vorteil mit dem geringen Schärfenbereich. Das ist aber normal, das ist Physik. Vom Optischen her sind die dann so, dass sie dann so ein bisschen mehr Schmelz haben, so ein bisschen cremiger sind, die Porträte ein bisschen schöner aussehen. Also so ein Bildlook, den viele Leute sehr mögen. Das ist also das, was wir dann bei den Classic-Objektiven dann typischerweise mit drin haben. Und bei den, wo wir nicht dann Classic dann dabei haben, die heißen dann manchmal auch nochmal ein bisschen anders dann, da haben wir dann also den modernen Bildlook, aber auch da immer mit dem Schwerpunkt drauf, dass es nicht so eine, ja, ich nenne es mal eklige Schärfe ist, wie es manche Objektive haben, sondern immer auch der Unschärfebereich. Das ist ja das, wo wir heute am meisten drauf achten. Gar nicht mehr die Schärfe, das kann heute jedes Objektiv, wenn es sehr, sehr gut ist, locker leisten. Aber auch ein hervorragendes Objektiv kann problematisch in der Unschärfe sein, dass die Unschärfe dann so ein bisschen mehr ist. Und du hast da ein superschönes Beispiel angesprochen, die 135, deine Lieblingsbrennweite. Da hast du natürlich bei dem E-Anschluss ein Jackpot mit dem 1-835er, das ich selber auch sehr, sehr gerne verwende. Das ist einfach im Unschärfebereich ist das halt ein absoluter Traum. Also im Schärfebereich natürlich auch, aber im Unschärfebereich nicht. Also ich glaube, du siehst das ähnlich. Das ist genau das. Für mich muss der Look stimmen. Und ich werde auch immer gefragt beim 85er zum Beispiel, welches magst du denn am liebsten? Und ich sage immer das G-Master, weil es halt den Hintergrund wegmacht und der ist so schön weich. Ich mag das einfach lieber. Das heißt nicht, dass das 85, 1, 8 und die anderen da schlecht sind. Nur sie sind halt anders. Und ich persönlich stehe halt auf diesem Look. Ich arbeite dann eben auch mit 1, 4 oder mit Offenblende, um diesen Look zu bekommen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz das so ein bisschen zusammenfassen. Classic heißt also, es ist eher den alten, klassisch hergebrachten Objektivrechnungen zuzuordnen. Die sind halt einfach ein bisschen weicher, ein bisschen kontrastärmer. Was aber natürlich seinen ganz eigenen Charme hat. Das ist nicht so klinisch. Ein Schwarzblende abgeblendet ist dieser Charakter in der Regel weg. Es geht darum, offenblendig dann halt so diesen Look präsentieren zu können. Ja, ich glaube auch, das ist der größte Unterschied zwischen modernen Objektiven und älteren Objektiven, was gerade im Offenblendbereich Kontrast und eben Schärfe angeht. Wobei Schärfe ist bei denen meistens auch ganz gut, aber der Kontrast nimmt halt wirklich stark ab. Und die modernen Objektive sind halt offenblendig auch schon wirklich, wirklich kontrastreich. Das kann halt auch mal zu viel sein. Also das ist halt, Schärfe ist eben nicht alles. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Der Look von einem Objektiv ist wichtig. Und viele Fotografen suchen das ja auch. Dass sie wirklich sagen, ich will so ein bisschen den Charakter des Objektivs haben. Ich möchte so aus der Kamera heraus schon eigentlich ein fertiges Bild haben. Und dafür gibt es dann einfach so die Geschmackssachen dann auch bei den verschiedenen Objektiven. Du wirst lachen, rat mal, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Es gibt ja so eine Facebook-Gruppe, die Liebhaber alter Linsen. Ja, genau, da sind wir beide dran. Und wo dann die Trioplane und die ganzen Projektorobjektive umgebaut werden und Linsen umgedreht werden, um einen ganz speziellen Look zu bekommen. Das habe ich mir genau da aufgeschrieben, bei dem Punkt jetzt. Und du hast es halt gerade gesagt. Also genau das ist auch meine Erfahrung. Ja, es ist wirklich toll, wie man hier auch so, dass das auch da wieder bei den Workshops, du kennst das auch, wirklich so ein Leuchten in die Augen der Teilnehmer bekommt, wenn die auf ihr Display gucken und man sieht direkt schon, ohne das Bild irgendwo durchlaufen zu lassen, durch irgendeinen Filter, man sieht schon, boah, das sieht ja Hammer aus. Ja, das ist halt auch ganz charmant. Und deswegen nutzen das eben auch so viele Leute. Und das ist ein guter Tipp. Jetzt haben wir hierbei, und du hast es gerade eben schon angesprochen, ja, noch den Unterschied asphärisch und ein normales Objektiv. Lass uns vielleicht einmal, weil es kam mir jetzt auch schon ein paar Mal vor, erklären, was eigentlich eine Asphäre macht und warum eigentlich moderne, lichtstarke Objektive ohne sie kaum noch auskommen können. Ja. Asphärisch heißt ja zunächst mal nicht kugelgestaltig. Sphärisch, das sind unsere normalen Linsen, deswegen nennen wir sie ja auch Linsen, weil sie so aussehen wie eine Linse, sind ja sphärisch kugelgestaltig denn drin. Und die haben natürlich das Problem, dass in der Mitte sind sie halt dick, am Rand schmal, kennen wir alle, von so einem normalen, wenn das jetzt eine, wir denken uns mal so eine ideale, plan-konvexe Linse. So, wie man es mal in der Schule gelernt hat. Guck mal gerade. Die ist halt hier dünn. Guck mal, ob du eine hast. Die ist außen dünn, in der Mitte dick. Deswegen muss die natürlich, oder haben wir diesen optischen Effekt auch, dass es ist, die eigentliche Brechung findet aber nur an den Übergangsflächen von Luft zu diesem Medium, zu dem Glas statt. Das heißt, eigentlich ist es doof, dass es in der Mitte so dick ist und am Rand dünn. Es geht eigentlich nur um diesen Winkel, den wir denn da haben. Der Gag ist jetzt blöd, weil ich kriege dadurch Fehler, weil das logischerweise mehr Material durchdringt in der Mitte als am Rand. Bringt uns Farbfehler, bringt uns, ich sag mal allgemein, um es hier kurz zu halten, allgemeine Bildfehler hinein. Und jetzt kann es sein, dass ich, wenn ich ganz schlau bin, hingehen kann und diese Linse nicht mehr kugelgestaltig, sphärisch habe, sondern nicht kugelgestaltig, sphärisch gestalte, dass ich dort so bestimmte, gerade auch Randfehler und so weiter, hervorragend wegbekomme. Also das mal so in Kürze. Du kannst das sicherlich noch viel besser ergänzen, weil das auch dein nicht tägliches Brot ist, aber doch oft gefragt wird sicherlich. Ja, also das Ding ist ja relativ einfach. Man kann es ganz, ganz vereinfacht so sagen, dass bei einem lichtstarken Objektiv ich einfach mit einer kugelförmigen Linse, also einer sphärischen Linse, die gleichmäßig gebogen ist, mehrere Brennpunkte bekomme. Das heißt, ich habe in der Mitte einen Brennpunkt, der ist, sagen wir mal, ungefähr vom Abstand hier. Und dann habe ich einen Lichtstall, der kommt von hier oben und der hat aber einen Brennpunkt, der liegt viel weiter hinten. Und wenn ich eben im Prinzip nicht auf einem Punkt scharf abbilde, sondern auf mehreren hintereinander, dann wird mein Kontrast schlechter, dann werden meine Kanten unsauberer. Und dadurch, dass ich jetzt eine ungleichmäßig gebogene Linse habe, kann ich diese Punkte viel, viel näher zusammensetzen. Das ist so der technische Fortschritt und damit kriege ich eine höhere Kontrastübertragung, damit kriege ich eine höhere Schärfe. Und das will man gerade bei den modernen Objektiven ja haben. Und immer wenn man lichtstark wird, wird es umso wichtiger, weil dann ja die Strahlen eine noch viel größere Fläche als Eingangsfläche haben. Und ich kann euch ja mal so einen Querschnitt von so einem Objektiv zeigen. Ich habe hier zum Beispiel den Querschnitt vom 24-70-2-8-G Master. Hast du einfach mal durchgesägt, ja? Du bist aber auch einer. Nee, habe ich extra gefragt und habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Fand ich halt total spannend, damit ich halt genau solche Sachen mal zeigen kann, wie komplex eigentlich so eine moderne Optik ist. Und da könnt ihr halt die unterschiedlichen Flächen mal sehen. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Und ich werde ja immer gefragt, ja, warum sind denn Objektive so teuer? Ja, ganz einfach, weil man natürlich eine Fassung hat, die die Linse auch stabil halten muss, weil man hochwertige Glassorten verwendet. Weil die besonders genau geformt sein müssen. Weil die besondere Krümmungsradien haben. Weil die hier, bei dem Objektiv kann man es ganz gut sehen, hier vorne, die dritte Linse, die ihr hier drin seht, ja? Ich zeige euch die mal hier vorne. Diese kleinere. Die ist extrem ungleichmäßig von der Dicke. Und sowas herzustellen, was in der Mitte ganz dünn ist und am Rand ganz, ganz dick, das ist halt in der Fertigung echt aufwendig. Weil die gehen halt kaputt. Glass steht ja unter Spannung und solche Geschichten. Das ist schon echte Meisterleistung, solche Geschichten zu bauen. Das ist, ich weiß, jetzt sind wir schon wieder im Nerdtalk, also kriegen wir auch gleich wieder Ärger. Nein, wir gehen auch gleich zurück zu den normalen Objektiven, keine Angst. Aber, ja, da kommt einfach, ja, Entwicklung und Ingenieurskunst zusammen. Da braucht man halt wirklich viel Wissen für, um solche Sachen perfekt umsetzen zu können. Ich stelle die beiden mal wieder nach hier unten, sonst ist mein Tisch gleich so voll. In der Zwischenzeit kann ich kurz dem Andronikus noch sagen, der hat sich ja hier, dem wird ganz schwindelig, weil ich mich hier so hin und her bewege. Also zum einen ist natürlich als alter Soldat, muss man immer ein bewegtes Ziel bieten, das ist ganz klar. Und der Thomas hat es ja auch schon richtig gesagt, ich kann gar nicht anders. Also das ist einfach die Energie, die in einem drin steckt. Bemühe mich aber trotzdem jetzt ein bisschen stabiler da zu stehen. Aber so dieses hin und her, muss ich immer mal wieder so auf den Chat gucken, um da das entsprechende zu sehen, weil wir ja auf mehreren Kanälen das Ganze hier machen. Wir sprechen über Zoom und ich gucke dann hier auf YouTube, wo ihr eure Kommentare entsprechend dann auch schreibt, was wir hier denn da so alles denn drin haben. Du, ich werde auch immer gefragt, und ich war jetzt am Wochenende ja zum Beispiel auch wieder in zwei Livestreams eingeladen und da saß ich hinter einem Schreibtisch. Für mich eine total ungewohnte Geschichte, weil ich habe hier so einen höhenverstellbaren Tisch, ich kann euch den auch mal hoch und runter fahren. Moment. Ich fahre ihn ein bisschen runter. Ich fahre ihn wieder ein bisschen hoch. Ich renne ja auch die ganze Zeit durch mein Studio. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Bei mir ist das auch so. Immer bewegt das Ziel. Ja, genau. Jetzt habe ich ausweislich gebremst, das war nicht so schlau. Egal, das kriegen wir gleich hin. Wenn wir schon in dem Brennweitenbereich sind, das 1,2er ist ja ein relativ neues Objektiv. Ja, das gibt es in der Second Edition. Mai, Juni, genau. SE steht nicht für Second Edition. Sondern? Sondern für, weißt du es? Nein. Für Still Edition. Ah, die Still Edition. Und zwar die Still Edition. Und da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das 1,2,35er, das ist quasi ein Solitär. Beim 40er und beim 50er, um gleich schon ein bisschen vorzubereiten, auf die nächsten Brennweiten. Da haben wir ja die Objektive in einer Ausführung, wie wir es eben gesehen haben, mit diesem De-Clicken, wo ich also das Clicken ausschalten kann. Aber viele Kunden haben halt gesagt, ich fotografiere ja sowieso nur. Ich brauche das gar nicht. Ich komme da immer aus Versehen dran und es ist alles doof. Gibt es das nicht vielleicht auch ohne? Und deswegen haben wir das 40er und das 50er 1,2er entsprechend als SE Still Edition. Also nur für Stills, nur für die Fotografie. Natürlich kann ich damit auch filmen, aber ich muss dann halt auf diese leisen Blendeneinstellungen verzichten. Und das 35er haben wir derzeit nur in der Still Edition, also in dieser nicht deklickbaren. Und der Vorteil ist natürlich, beim 40er und beim 50er sehen wir es. Das ist ja im Prinzip das gleiche Objektiv, aber diese sehr aufwendige Mechanik, die wir da drin haben, für das De-Clicken. Wenn man das weglässt, sparen wir 200 Euro. Das ist also von daher eine sehr, sehr coole Bedienung. Ja, heißt für mich im Umkehrschluss, ich würde die SE Edition nicht kaufen, weil ich ja häufig damit filme. Aber für alle, die das nicht machen, für die ist das 200 Euro gespart. Das ist ja auch gut. Genau. Also auch da, ich filme ja auch sehr viel damit und ich nutze das nur sehr selten, weil ich in der Regel stehende, also betonierte, wie das so schön heißt, Einstellungen habe. Ich bin weniger der szenische Filmer, der also dann rumläuft. Das heißt, ich stelle halt die Szene einmal ein. Klick, 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 klick. Ist mir wurscht, ob man das hört oder nicht. Und kann damit also das dann sehr, sehr schön machen. Für den, der szenisch filmt, der also wirklich dann mal so, oh, und jetzt folge ich da und raus aus der Küche und in den Flur hinein und dann halt abblenden, dass das Ganze geräuschlos geht. Das geht mit ein bisschen Übung, geht das super gut. Gut, aber dann brauche ich natürlich die Standardversion, nicht die Still Edition. Jetzt muss ich was ganz Freakiges machen. Warte. Ich habe mir ja überlegt, ich bin ja auch meistens Einzelkämpfer hier im Studio. Ist ja auch im Moment ein bisschen schwierig. Ich habe mir überlegt, wie kann ich mein Kamerabild zukünftig für die YouTube-Videos und für die Livestreams, die ich alleine mache, besser gestalten. Und mein Ziel war bewegte Kamera. Und pass auf, jetzt hole ich kurz was aus der Ecke. Das steht hier wirklich, das Video von YouTube kommt dazu noch. Sehr cool. Ja, ist jetzt komplett off-topic, aber... Ich habe gerade... Wenn jetzt zwei miteinander quatschen, geht dann gerne mal nicht. Mein Slider... Ups. Hier, mein Slider habe ich gerade mit... Ich stelle ihn mal so rum auf den Tisch, der ist ganz schön groß. Mit dem Gimbal. Mit dem Gimbal verheiratet. Ich habe heute gerade den Adapter für den Akku bekommen, dass ich beides gleichzeitig powern kann. Also demnächst gibt es hier wahrscheinlich bewegte Kamera, während ich im Studio stehe und ganz alleine. Und jetzt wird es ganz nerdig. Jetzt wird es aber richtig nerdig. Und zwar bei dem ganz neuen DJI... Der heißt ja nicht mehr Ronin, sondern der neue ST2. Da gibt es ein sehr schönes Zubehörteil oder wird es geben. Und zwar, was du ja sehr wahrscheinlich kennst, was ja auch sehr viele Filme einsetzen für diese manuellen Objektive oder auch richtige Szene-Objektive, ist ja der Follow-Fokus. Wo ich also mein Drehrädchen habe und ich habe einen kleinen Motor am Gimbal dran, am Objektiv dran, kleines Zahnrad um das Objektiv herumgeschlungen und kann dann entsprechend mit meinem Rädchen, was ich irgendwo habe, oder vielleicht habe ich sogar jemanden, der sich nur um die Schärfe kümmert, da so wird professionell gearbeitet, kann ich dann also drehen und das Objektiv dreht sich im Gimbal den Motor gesteuert. Und jetzt geht es richtig knallermäßig ab. Du kennst es. Und zwar, wer ein ganz neues Telefon hat, hat das vielleicht auch schon drin. Ein sogenannter LiDAR-Sensor, LiDAR. Also wir leihen ja unsere Kameras mittlerweile an die Autos aus. Autos haben ja mittlerweile viele, viele Kameras. Wir leihen uns jetzt endlich mal Ausstattung von den Autos. Autos haben ja heute sehr oft auch schon diese, also die ganz modernen sogenannte LiDAR-Sensoren, LiDAR-Sensoren drin, quasi lasergestützt messen die denn da so die Entfernung. So und das können wir auf die Kamera, die sich auf dem Gimbal befindet, draufsetzen und können dann hingehen und dieses Ding mit dem Follow-of-Fokus kombinieren. Und jetzt kommen wir zu dem, was für dich interessant ist, dass du auf dem Slider dieses Ding schön bewegen kannst und du kannst dich wild im Raum bewegen und das Objektiv folgt dir mit der Schärfe. Also ein absoluter Traum. Ich habe das natürlich gesehen und ich bin schon ganz scharf drauf. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, es irgendwo zu probieren. Ich habe schon, mit wem spreche ich drüber? Also da bin ich auch total heiß drauf, weil das wird nochmal eine komplett neue Geschichte. Wo wir dann auch so mit den 1.2.40er, 1.2.50er extrem cool arbeiten können, weil da habe ich halt wirklich nur so einen Schärfebereich und da wird es schon sehr, sehr problematisch mit dem Scharf einstellen. Und hier können wir es dann also auch beim bewegten Ziel, Androikos. Ja, jetzt sind wir übrigens komplett off-topic. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden verloren von euch. Wir gehen auch jetzt wieder zurück zu den Objektiven. Ich habe es nur gerade, weil Martin es gesagt hat, ich habe es halt gerade dahingestellt heute und das letzte Ersatzteil bzw. das letzte Zubehörteil bekommen, was mir noch gefehlt hat. Ich habe es nur grob montiert. Ich habe es noch nicht in Betrieb genommen. Das mache ich wahrscheinlich nächste Woche. Und damit es auch ein YouTube-Video dazu geben, verspreche ich euch. Ganz wichtig, der Martin nimmt sich hier richtig viel Zeit für euch. Also lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt nochmal bitte in die Kommentare, was euch denn interessiert. Wir sind inzwischen bei den, ja, ich sage mal Reportage-Brennweiten 35mm angekommen. Haben geklärt, was heißt eigentlich Asphärisch. Haben geklärt, was heißt eigentlich Still Edition oder SE vielmehr. Das heißt Still Edition, nicht Second Edition und kommen jetzt dann direkt zu den 40mm Objektiven. Vielleicht ganz kurz dazu. 40, 35, ist der Unterschied groß oder ist er eher nicht so groß in deinen Augen? Er ist, finde ich, groß. Wir sind hier ja noch so leicht im Weitwinkelbereich. Und die Frage war ja auch im Chat gewesen, wie schaut es aus, warum liegt das alle so nah beieinander? Wir haben SE-Objektive mit 35, mit 40 und mit 50 mit sehr ähnlichen Charakteristiken. Alles Lichtstärke 1 zu 1,2. Puh, warum macht ihr sowas? So, Antwort, weil wir es können. Nein, weil ihr es wollt. Es gibt einfach, also gerade auch, wie gesagt, wir haben die 35 auf 40. Diese 5 Millimeter klingen nicht viel, aber es ist doch nochmal eine andere Bildwirkung. Einfach mal ausprobieren. Und auch die 10 Millimeter auf die 50 Millimeter ist auch nochmal eine andere Geschichte. Also da gibt es Liebhaber des 50ers, des 40ers, des 35ers. Ich bin da mehr wie du zu der 35er und dann halt länger brennweitige. Ich weiß aber, dass wahnsinnig viele Leute sehr gerne auch mit den, ich sag mal, sehr unproblematischen 40er- oder 50er-Objektiven arbeiten, weil wir hier einfach so auch unserem normalen Augeneindruck ja sehr, sehr stark entsprechen. Ja, also mir ist das zum Beispiel aufgefallen, ich war ja vor zwei Jahren mit dem 40 Millimeter Bartes unterwegs. Da war das relativ neu. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kriege nicht genug drauf. Ich bin halt 35 gewohnt gewesen und mir hat halt dieser ganz kleine Bereich gefehlt. Und das war für mich total ungewohnt. Ich mag da 35 lieber. Also ich sehe es ähnlich wie du. Der Unterschied ist nicht riesig, aber er ist da. Bei 50 und 55 zum Beispiel, da muss ich sagen, ist mir da vollkommen egal. Da sind diese 5 Millimeter Spielen da für mich keine Rolle mehr. Bei 35 und 40 merke ich den Unterschied noch ziemlich stark. Also es ist zumindest mein Eindruck. Ja, also sehe ich genauso. Deswegen haben wir ja auch die Abstufungen dann so. Wir haben 21, wir haben 24 ja dann auch. Wobei die 24 haben wir für das E noch nicht. Aber wir haben ja dann weitergehend die 35, die 40, die 50. Der nächste Schritt sind dann nicht 10, sondern 15 Millimeter, die 65 Millimeter, die wir dann haben. Aber da auch wieder mit einer komplett anderen Auslegung. Und dann halt so der große Sprung auf eines von dir ja auch sehr gemochte 110er. Aber bei den 50er haben wir ja nochmal ein ganz spezielles Vergessen. Bei den 40ern meinst du? 40ern auch, ja. 40er sowieso, das habe ich ja hier auch. Ach so. Soll ich das auch zeigen? Das ist ja so speziell. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Nein, das hier ist kein, oder ich mache es mal auf der anderen Kamera. So, ich mache mich mal weg. Das hier ist kein 100 Jahre altes Objektiv in der Vernickelung. Mit dann so, ich kann es auch noch versenken. Und für den Gebrauch schiebe ich das dann so zusammen. Das ist also das, wir sehen es hier. 2,840er Helia. Das ist ein ganz, ganz spezielles Objektiv, wo wir sogar noch ein Zubehör dazu brauchen. Dieses Objektiv kann ich nur an der Sony e oder an Fuji verwenden. Weil das Ding hat keine Entfernungseinstellung. Wir haben hier keinerlei Möglichkeit, die Entfernung einzustellen. Deswegen brauchen wir als Zubehörteil ein Ding, wie zum Beispiel diesen, habe ich ihn irgendwo rumfliegen? Hier sieht es mittlerweile schon ganz wild aus. Diesen Adapter, den gibt es wie gesagt für Sony e und für den Anschluss von Fuji. Kann ich kurz dazu sagen? Genau. Ich habe den auch, also ich habe den aktuell nicht, weil ich habe den dem Stefan Gernecke, an den ich hier herzlich grüßen möchte, gegeben. Also Stefan hat den im Moment im Einsatz an seinem 50 Millimeter Nocton. Genau. Also was ist das? Das ist im Prinzip ein Adapter, wie ihr ihn kennt, wo ich also einfach so von, das hier ist jetzt so ein normaler, wo ich vom Leica Mount, so da irgendwo ist er auch beschriftet, vom Leica Mount auf E-Mount gehe. Fertig. Das ist einfach nur, um den Abstand von, in dem Fall jetzt von 27 Millimeter Auflagemaß auf, was haben wir bei Sony, 18, 18 Millimeter Auflagemaß zu gehen. Sowas kann ich aber auch veränderlich machen. Und hier sehen wir jetzt mal, dass ich hier hingehen kann und wenn ich den drehe, habe ich einen Auszug von 4,5 Millimetern. Ich drehe ihn erstmal ganz raus, dann seht ihr das. So, dass ich hier jetzt einen größeren Abstand habe und wenn ich jetzt drehe, ich stelle es euch mal scharf, wenn ich jetzt drehe, wird dieser Abstand geringer. Das ist ein 4 Millimeter Hub. Das reicht bei den meisten Objektiven aus, um stärker in den Nahbereich zu gehen. Die Idee ursprünglich dahinter war ja gewesen, dass wir sehr viel mit Leica Objektiven an den Sony E's gearbeitet haben. Am Anfang gab es ja auch kaum Objektive für Sony E, so anderthalb Objektive gab es, als das rauskam. Und da waren halt die Leica Objektive sehr, sehr populär. Das Problem bei Rangefinder Objektiven, also für Messsucherkameras gemachten Objektiven, ist ja, dass wir, weil es für Messsucher gemacht ist, wo ich oben durchgucke, unten fotografiere, dass ich hier ja sowieso nur systembedingt mindesteinstellende Entfernung von, ich sag mal so grob 70 Zentimeter ab. Das kann im Telebereich mal 90 Zentimeter sein, im starken, weitfinglichen Bereich vielleicht mal 50 Zentimeter. Ich kann sowieso nicht näher dran, weil so weit kann ich gar nicht nach unten gucken, wenn ich oben meinen Sucher drin habe. Halt, ich habe ja rein zufällig hier eine Sucherkamera. Also ich gucke ja da durch und fotografiere hier unten und das muss ich ja irgendwie hinbekommen. Deswegen waren diese Objektive auch immer so, wenn wir jetzt so ein normales 50er hatten, war das immer 70 Zentimeter in der Einstellgrenze. Was früher halt so war, ging halt nicht anders. An der Systemkamera tut einem das weh, weil das ist gerade nochmal so die 20, 30 Zentimeter nochmal näher zu kommen. Die fehlen einem dann einfach und dafür hatten wir dann diesen Adapter gebaut, um da nochmal zum Beispiel statt den 70 Zentimeter plötzlich auf irgendwo um die 40 Zentimeter zu kommen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr coole Geschichte. Also das dazu, 2,8, 40er, da muss ich sowas haben zum Schaf einstellen. Genau. Ich würde ganz gerne, Martin, wenn es für dich okay ist, nochmal ein paar Bilder von den 40ern zeigen, weil wir haben da ja so ein bisschen was drin und klassischerweise ist das natürlich für Porträts und Co. richtig interessant. Ich nehme euch also nochmal mit auf meinen Rechner und schalte den Martin noch einmal kurz, wenn mein Maus wieder funktioniert, da ist sie, zack, einmal kurz raus und gehe mal wieder in die Bridge zurück, weil hier haben wir ja ein paar Bilder, die mit dem 40 Millimeter gemacht sind. Ja? Yes. Macht einfach richtig Spaß, würde ich sagen. Ja. Und das ist so einfach der normale Augeneindruck, das ist ja immer so der Klassiker, 40, 50 Millimeter entspricht unserem normalen Eindruck. Da bin ich so richtig zu Hause, das ist vom Licht her muss es dann halt wirken. Da habe ich nicht mehr diese sensationelle Perspektive, die wir bei dem 10 Millimeter, 15 Millimeter haben. Da muss das Licht wirken. Hier ist natürlich der Vordergrund, den kriege ich dann halt nicht mehr scharf. Da müsste ich dann schon mit Tricks arbeiten, mit Fokus-Stacking oder sowas. Aber dafür zieht es halt den Blick so richtig schön in die Mitte, ne? Genau. Da arbeite ich halt dann wirklich mit der Staffel. Ja. So wie das auch sein muss. Oh. Ich weiß nicht, wo es gemacht ist, aber es erinnert mich sehr an Island. Da war ich vor elf Jahren. Ja. Also könnte dort sein, ja. Ja, ja, glaube auch. Also es sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Es kann natürlich auch irgendwo anders sein, aber... Genau, und da sehen wir, wie gesagt, die Perspektive, nicht spektakulär, sondern das lebt dann halt vom Licht, von dem Bildaufbau an sich, da kommt das dann halt schön. Und es ist so, als ob man dastehen würde und guckt. Und natürlich lebt es hier von Schärfe, Unschärfe, ne? Dass ich halt wirklich den Vordergrund, beziehungsweise in dem Fall den Hintergrund, schön unscharf gestalten kann. Und das ist halt so ein Ding, lichtstarke Objektive einfach. Ja. Und das mit 1, 2. Sehr schön. Super. Ja, guck doch mal, wie das rausgearbeitet ist. Ja. Schick, schick, muss ich sagen. Also da hat die Kollegin uns ganz, ganz tolle Bilder zur Verfügung gestellt. Einfach mal, um so zu zeigen, was man mit den Objektiven denn eigentlich macht. Ich schalte mal wieder zurück auf uns zwei. So. Also wir ja da. Ja. Ich hatte gerade eine interessante Frage im Chat gelesen. Wie verzeichnungsfrei sind die 35 beziehungsweise 40 Millimeter? Ja. Verzeichnung ist ja auch einer von den Bildfehlern, genauso wie Farbsäume, wie Helligkeitsabfall zum Rand, also wie Knetierung. Ich habe jetzt mit dem 35er und dem 40er von euch da noch keine Erfahrung. Was wäre deine Einschätzung? Wenn jemand, ich nehme mal an, Gerhard sucht ein möglichst verzeichnungsarmes Objektiv? Also da ist er in diesem normalen Brennweitenbereich, kann er voll reingreifen, völlig problemlos. Da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, das fällt einem Objektivrechner sehr, sehr leicht, Objektive in diesem Brennweitenbereich 35 bis 60 Millimeter auch gut verzeichnungsfrei zu machen, wenn er sein Handwerk versteht. Und das tun die Jungs natürlich. Also das passt. Die sind sehr, sehr, sehr verzeichnungsfrei. Okay, ja, man muss das ja wirklich sagen, am einfachsten zu konstruieren ist so 50 Millimeter bis 85 Millimeter, so dieser klassische Bereich, leichte Tehle. Das ist optisch sehr einfach umzusetzen. Richtig kritisch wird es dann bei den ganz großen Brennweiten, also 500 Millimeter aufwärts und kritisch wird es dann bei den ganz weitwinkligen mit den stark gebogenen Frontlinsen. Das sind so die, die sind sehr, sehr schwer umzusetzen. Und natürlich, wenn sie lichtstark sind, noch umso mehr. Okay, ihr seht schon, einige Spammer haben wir heute auch da, herzliche Grüße, dürft ihr gerne weiter reinschreiben, ist gar kein Problem. So, kommen wir nochmal zurück zu den Objektiven. Also, jetzt haben wir die 40er durch und jetzt kommen wir zu den 50ern. Und da kann ich ein bisschen was zu erzählen, weil ich habe ja an der Alpha 7 R4, die hier auch im Bild steht, mal so alle 50 Millimeter Objektive ausprobiert, die ich so habe. Und es waren nicht alle dabei, die es gibt, aber ich habe ja relativ viele. Ich habe das Loxia, ich habe sehr viele Canon, Nikon, also alte adaptierte Gläser. Das 55er 1.8 Zeiss habe ich. Das günstige 50 Millimeter Sony hatte ich mir geliehen. Und unter anderem hatte ich auch das Apolantar dabei. Also, das war für mich so der Bereich, wo ich gesagt habe, wow, könnt ihr euch übrigens auch anschauen bei mir im YouTube-Kanal. Gebt einfach mal Fototrainer ein und 50 Millimeter oder eben Alpha 7 R4. Dann findet ihr so eine Videoserie, wo ich im Prinzip gesagt habe, mit welchem Objektiv kam ich da am besten klar. Und das Apolantar, das 50 Millimeter, hat mich echt umgehauen. Das ist von der Schärfe, vom Kontrast wirklich, wirklich eine Bombe. Und jetzt kann ich es natürlich nicht einschätzen im Vergleich zu dem Nocton. Aber wenn die Noctone in eine ähnliche Richtung gehen, dann absoluter Knaller. Also, wie gesagt. Die Frage wurde ja auch schon gestellt, ob die Noctone an die Qualität des Apolantars rankommen, kann man ganz klar beantworten mit einem Nein. Die Noctone sind super, die sind Industriestandard, passt alles cool. Das ist so, wie ihr es von einem 50er erwartet, auch an einer 60 Megapixel Kamera, untadelig, alles gut. Gut. Das Apolantar ist ein Objektiv, das durchgeknallt ist. Man muss es wirklich so sagen. Ich habe ja, wer so ein bisschen auch durchgeknallt ist, gerne mal bei mir im Kanal nachschauen. Da hatte ich ja auch mal einen durchgeknallten Test gemacht. Da habe ich einfach mal im Urlaub, da hat man ja Zeit für so einen Scheiß, das Objektiv mit der 7R4 auf den Balkon gestellt, in die Berge hineingerichtet und habe dort mit dem 16-fach Multipixel-Shift, Pixel-Shift, habe ich dann die 240 Megapixel-Bilder gemacht. Habe dann meinem Rechner reichlich was zu tun gegeben. So ein Bild hat dann als 16-Bit-Tiff mal lockere, ich glaube 1,3 Gigabyte. Und in dem Video könnt ihr dann auch schön sehen, es war glücklicherweise auch gutes Wetter. Ich stehe dort also auf dem Balkon und wer sich im Allgäu auskennt, hinten das Tal, wo es zum Fellhorn hintergeht, dort ist auf der linken Seite ist dort das Waltenberger Haus. Da kommt man dann, wenn man Heilbronner, Törle und so weiter läuft, kommt man da durch. Und das Waltenberger Haus ist etwa 5 Kilometer entfernt von diesem Balkon entfernt. So, und mit den 240 Megapixeln konnte ich, und wir sprechen über einen 50er, nicht über einen 500er, konnte ich die Fenster in diesem Waltenberger Haus zählen. Also es ist, wie gesagt, ja, die anderen sind nicht so gut wie das Apollantar. Ich muss natürlich mir auch überlegen, brauche ich das? Wer keine Ausrede haben möchte, dass das Bild nicht richtig ist, der braucht dann natürlich ein Apollantar, weil da gibt es keine Ausreden mehr, das Ding ist einfach Bombe. Das ist Wahnsinn von der Qualität her. Und trotzdem, klein und leicht. Genau, das ist auch, wie gesagt, genau mein Ding gewesen, dass ich gesagt habe, das ist einfach unglaublich gut in der Schärfe, unglaublich gut im Kontrast und das bei Offenblende. Man kann kaum noch einen Zuwachs sehen, wenn man abblendet. Also wirklich, wenn man selbst mal ganz genau hinguckt und ich bin da echt pingelig, absolute Hammer. Nichtsdestotrotz ist halt Schärfe, wie gesagt, nicht alles. Der Look und ein offenblendigeres Arbeiten kann halt vielleicht viel charmanter sein, wenn ihr ein Porträt fotografiert, als die reine Schärfe. Also da müsst ihr einfach entscheiden, was ihr haben wollt. Wenn es um maximale Auflösung geht, seid ihr bei dem Apollantar mit Sicherheit richtig. Übrigens, ich hatte ja auch das 65er direkt mit dem Vergleich gepackt und da kann man kaum einen Unterschied sehen. Also die beiden sind da wirklich in allen Tests wirklich die Besten gewesen. Das 55er 1.8 von Sony kam auch noch mal ganz gut weg, aber ganz viele andere kamen da eben gar nicht mehr gut weg. Also da sieht man dann schon einen deutlichen Unterschied. Also das Objektiv sind wir da wirklich sehr, sehr, sehr stolz. Und wenn es mal gerade nicht verfügbar ist, liegt das da auch zum Teil daran, dass das sehr gerne im universitären oder im industriellen Bereich eingesetzt wird. Wenn ich also da mit Industriekamera dran sitze und wirklich das Allerletzte an Qualität brauche, wird das also auch gerne eingesetzt. Aber gut, das ist dann auch noch mal ein schönes Lob dafür. Klar, gehört ja dazu. Jetzt haben wir aber eine Sache noch nicht gemacht und das würde ich gerne noch machen, weil ich finde, es gehört dazu. Wir haben ja Asphäre schon erklärt, aber Apo haben wir noch nicht erklärt. Und ich kenne das natürlich aus meinem Studium. Vielleicht magst du es trotzdem erklären und wir schauen dann mal, ob wir... Genau, in layman's terms, du kannst das dann noch präzisieren. Deswegen habe ich es hier jetzt auch schon mal so gedreht, dass wir neben der Produktbezeichnung Apo-Lanta noch mal so drei Farben sehen, Rot, Grün, Blau. Das ist nämlich der große Unterschied. Normale Objektive werden natürlich gut farbkorrigiert. Farbkorrigiert heißt, wir haben, und das sind wir wieder bei unserem Thema, dicke und dünne Stellen am Objektiv bzw. an der Linse. Wir haben ja langbrennweitiges Licht und kürzer brennweitiges Licht. Infrarot bis Blau oder bis UV dann und im sichtbaren Bereich Rot bis Blau. Das kennt ihr aus der Schule, die Wellenlänge ist einfach anders. Genau, ich kenne das so vom Prisma und so weiter, wie sich das so aufspaltet. Das hat nämlich auch genau mit diesem Prisma dann zu tun, dass ich also dann, wenn ich also ein längerwelliges Licht habe, dass das natürlich anders in diesem Glas gebrochen wird als kürzerwelliges Licht. So, deswegen versucht man natürlich durch bestimmte verschiedene Glassorten, Flint-Kronenglas, was dann zusammengebracht wird, oder ganz wilde andere Glassorten, also unterschiedliche sogenannte Brechungsindizes. Ja, so wer in Physik aufgepasst hat, sagt jetzt, ja, das haben wir schon mal gehört. So verschiedene Brechungsindizes, die dort dann drin sind, dass da also ganz clevere Kombinationen sind, damit ich zumindest mal nicht nur, ja, ich sag mal, eine Wellenlänge, beispielsweise nur rotes Licht irgendwie dann da drauf bringe, sondern dass ich dort auch, ja, mal eine andere Farbe mit drauf bringe. Und in der Regel korrigiert man das auf zwei Farben. Das sind also die ganzen normalen Objektive, werden auf zwei Farben korrigiert, sodass wir hier schon eine relativ gute Farbqualität denn da bekommen. Alles das, was ja nicht genau in diesen berechneten Wellenlängen liegt, ist quasi per Definition unscharf. Und hier haben wir bei den APO-Objektiven, haben wir halt nicht auf zwei Farben, sondern auf drei Farben korrigiert. Und von daher natürlich eine deutlich bessere Schärfe potenziell da drin, wenn das gut gemacht ist, eine deutlich bessere Geschichte in der Farbdarstellung, sodass wir da halt diesen sehr hohen Aufwand in der Regel durch deutlich bessere Bilder dann auch noch mal mitbekommen. So, jetzt kommst du. Das ist halt an allen Kanten wichtig. Man kann es ganz kurz, wenn man es zusammenfassen will, sagen, jede Glasluftfläche oder Glasglasfläche splittet den weißen Lichtstrahl auf in die verschiedenen Farben, unterschiedlich stark. Wenn man jetzt Gläser gut kombiniert, kann man dieses Aufsplitten der Farben minimieren. Das heißt, dass die sich nicht mehr so weit auffächern. Und dann bekommt man ein deutlich besser korrigiertes Objektiv, was eben schärfer ist, was kontrastreicher ist, was nicht so viele Farbsäume hat. Und genau dafür steht das Apulantar, das da eben für drei Farben korrigiert ist. So, um das mal in der Kurzversion, hoffe ich, zusammenzufassen. Weil das ist natürlich sehr viel Technik. Und wenn euch das interessiert, Optik und so, dann kann ich euch nur empfehlen, lest euch solche Sachen an. Weil dazu gibt es ganz, ganz viel wirklich Literatur. Und das macht auch echt Spaß. Also, wenn ihr Bock auf Technik habt, Optik ist ein super, super spannendes Feld. Und dann weiß man auch, warum es nicht so einfach ist, bestimmte Objektive so zu konstruieren. Weil man kann die dann natürlich für einen bestimmten Bereich kombinieren. Zum Beispiel für eine bestimmte Entfernung. In einer anderen Entfernung kann das wieder ganz anders aussehen, weil die Linsen ja zueinander verschiebt. Das ist wirklich ein hochkomplexes Thema. Und deswegen ist es auch nicht so einfach, gute Objektive zu bauen. Und da ist eine sehr schöne Geschichte, der Gerd Wiesinger fragt, nämlich gerade. Sony 551-8er ist eines der schärften auf DxOM-Markt. Was spricht dann noch für ein 50 mm von Vogtländen? Das ist natürlich eine Steilvorlage für dich jetzt. Also da muss man ganz klar sagen, das 551-8 von Sony ist etwas abgeblendet, wirklich sehr, sehr scharf. Ganz offen ist es ein ganzes Stück weicher als das Apollantar zum Beispiel. Also wenn man das bei 5.6 betreibt, ist der Unterschied relativ gering, das stimmt. Für das Sony spricht natürlich Autofokus, also wenn ihr Porträts schießen wollt und solche Geschichten, das macht es euch leichter. Für das Apollantar spricht wirklich der Kontrast und die Schärfe offenblendig. Also das ist da wirklich auch am Rand noch einen Tick besser als das 55er. Und das ist wirklich ein gutes Objektiv. Jetzt muss man immer entscheiden, was braucht man es? Ist Autofokus wichtig, ja oder nein? Das Schöne ist, du machst mit keinem der beiden was falsch. Also es ist so, bei hochwertigen, modernen Objektiven, da geht es nicht darum, welches hat da Mühe mehr und welches hat da Mühe mehr, sondern was passt besser zu der Art, wie ich fotografiere. Als Beispiel, ich zeige euch das mal gerade. Ich habe hier das, oh, da oben steht es. Ich wollte schon sagen, kann doch nicht sein. Ich habe heute gerade ein Video gedreht über 85mm Objektive. Ich habe nämlich auch das neue Sigma hier, Moment, das kommt übrigens das Video, wenn ich es schaffe. Ich kann es noch nicht versprechen, diese Woche oder auch nächste Woche raus. Das ist das neue Sigma, 85mm 1.8. Das hier ist das 85G Master und das hier ist das 85mm 1.8. Jetzt ist das hier nur halb so teuer wie das, nur halb so teuer wie das. Das hier wiegt die Hälfte von dem, das ist ein super gutes Objektiv, bitte nicht falsch verstehen. Wenn ihr es offenblendig verwenden wollt, dann müsst ihr den Look, den Unschärfebereich haben. Es ist genauso scharf wie das. Ja, also da ist kein großer Unterschied. Vom Look her ist es eine komplett andere Geschichte. Dadurch, dass ich hier ein kleines Gehäuse habe, bekomme ich zum Beispiel bei Lichtquellen ganz häufig so Katzenaugen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Normalerweise sind die Blendenflecken ja rund. So muss ich es zeigen. Sorry, ich kann es gerade nicht sehen. Ich mache das anders. Ich zeige euch das kurz. Moment, ich habe ein Demo-Beispiel da, da könnt ihr das euch mal anschauen. Lastbilder sprechen. Genau. Ja, auf meinem Computer ist ja immer der Vorteil, sind solche Sachen ja immer drauf irgendwo. Ich muss sie nur finden relativ schnell. Das ist das Einzige, was dabei ein bisschen schwierig ist. Da habe ich es aber schon. So, wo haben wir den Ordner? Da. Haben wir auf einer Messe gemacht und das hier ist zum Beispiel gemacht, das sieht man sofort auf den ersten Blick mit dem 8518. Achso, Moment, ich muss es euch auch einblenden, sonst seht ihr es natürlich nicht. Sorry, mein Fehler. So, gleich seht ihr auch wieder was in Ganze. So, da seht ihr das Bild. Das ist gemacht mit dem 8518. Woran erkenne ich das auf den ersten Blick? Wenn ich hier am Bild ranschaue, dann habe ich hier so katzenaugenförmige Lichtkegel. Ich gehe mal hin und gehe mal auf das G-Master-Objektiv. Da seht ihr hier ganz außen, so am absoluten extremen Bildrand, da habe ich auch so ein bisschen katzenaugenförmig, aber bis hier in der Mitte, da wo eigentlich der wichtige Bildinhalt ist, da ist es rund. Und jetzt werde ich dann oft gefragt, warum ist das so? Und die Antwort ist relativ einfach. Im Objektiv brauche ich ja für die Lichtstrahlen im Prinzip Platz. Das Objektiv ist relativ schmal. Das Objektiv hier ist natürlich erstens ein bisschen lichtstärker, aber vor allem extrem viel breiter. Guckt euch mal den Unterschied an. Ja, das ist wirklich ein Trümmer dagegen. Der Vorteil ist jetzt aber, dadurch, dass es so ein Trümmer ist, beschneidet das Gehäuse die Lichtstrahlen nicht. Das heißt, von diesem Kreis wird ja am Rand so ein bisschen was abgeschnitten. Bei dem ist das nicht so. Bei dem schon. Macht das viel saubere, harmonischere Bokeh. Jetzt nutze ich meine Objektive meistens mit Offenblende. Heißt, für mich ist ganz klar, hey, mir geht es hier nicht um das letzte Quäntchen Schärfe, sondern mir geht es hier um den Look. Wie sieht der Hintergrund, wie sieht der unscharfe Bereich aus? Und das kann das G-Master viel, viel, viel besser. Deswegen habe ich mich für das entschieden. Bitte nicht falsch verstehen. Heißt nicht, dass ihr das nicht verwenden könnt. Der Look ist anders. Vielleicht gefällt euch der ja sogar besser. Das müsst ihr aber entscheiden. Und so ist es bei den anderen Objektiven einfach auch. Ihr müsst entscheiden, was ist das, worauf ihr Wert legt. Braucht ihr schnellen Autofokus? Braucht ihr eine Videoeignung zum Beispiel, dass der Motor leise ist? Braucht ihr einen tollen Look im Hintergrund? Braucht ihr Maximum Schärfe? Braucht ihr Verzeichnungsfreiheit? Hey, es gibt eine Riesenauswahl an Objektiven. Und genau deswegen sprechen wir immer drüber mit euch. Damit ihr entscheiden könnt, was ist für euch das Beste. Weil was für mich das Beste ist, muss für euch nicht das Beste sein. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und hier ist es ähnlich. Deswegen sprecht auch mit eurem Fachhändler. Die Fachhändler haben ja die Möglichkeit, hier aus der Zentrale einen Koffer abzufordern mit quasi allen Objektiven drin. Da kann man das in aller Ruhe dann mal ausprobieren. Schaut auch immer mal bei uns auf der Webseite und im Instagram-Kanal nach. Da werden dann auch immer die Termine veröffentlicht, wann der Koffer wo ist. Und dann könnt ihr wirklich mal hingehen und sagen, so, jetzt mache ich halt mal das 1,250er drauf, das 1,240er drauf, das 2,840er. Ich gucke mal, wie ist das von den Brennweiten her? Wie ist das von dem Charakter des Objektives her? Mach dagegen dann auch mal beispielsweise das 1,855er mit Autofokus von Sony drauf oder irgendeine andere Geschichte. Probiert das einfach immer mal aus, weil wichtig ist, dass ihr das für eure Fotografie richtige Werkzeug bekommt, um eure Kreativität auch richtig rüberzubringen. Genau darum geht es am Ende. Fotografie heißt immer, wie kann ich meinen Look, meine Kreativität im Prinzip in ein Werk umsetzen. Sei das ein Bild oder sei das ein Video, spielt ja keine Rolle. Man hat so viele Möglichkeiten. Und die beiden letzten Objektive, die hier stehen, das 65er und das 110er, das sind ja auch noch Makroobjektive. Das heißt, das sind Objektive, mit denen ich besonders nah ran kann. Und ich habe hier das 110er ja stehen. Ja, das zeige ich euch natürlich auch noch mal. Auch da steht dann wieder drauf hier, zwei farbige Striche, Apollantar. Und wenn ich dann jetzt natürlich hier an meinem Ring fahre, dann seht ihr, das fährt natürlich auch eine ganze Ecke raus, weil ich ja bis in den Nahbereich gehe. Das heißt, hier könnt ihr die Entfernungsskala sehen. Da komme ich richtig, richtig, richtig nah ran. Und der Gag ist, man sieht ja gerade, wie du da drehst. Du drehst dir ja einen Wolf. Normale Objektive haben so 180, 170, 160 Grad, sodass ich relativ schnell scharf einstellen kann. Du musst hier ja über 360 Grad, ich habe das nicht im Kopf, wie viel es ist, aber es ist auf jeden Fall mehr als einmal komplett rumgedreht, um von unendlich bis in bei dem 110er 1 zu 1, bei dem 65er 1 zu 2 denn einstellen kannst. Und das ist natürlich da, um wirklich auf den Bruchteil eines Millimeters optimal einstellen zu können. Und das ist halt da wahnsinnig wichtig, dass du das wirklich auch dann über die 360 Grad in der Drehung kannst. Und jetzt wisst ihr übrigens auch, warum Makroobjektive im Autofokus immer langsamer sind, gerade im Nahbereich, weil sie einfach einen großen Weg zurücklegen müssen. Der Motor muss sehr, sehr viel Strecke bewegen. Also das nur so als kleiner Hinweis. Das braucht man aber eben, um kontinuierlich oder um gezielt scharf zu stellen. Was mir immer auffällt, ist, wenn ich ein günstiges Objektiv in der Hand habe oder gerade so ein Kit-Objektiv und du versuchst damit mal manuell scharf zu stellen, da hast du teilweise dann 90 Grad Drehung und da hast du die komplette Schärfe von unendlich bis Nahbereich drin. Da ist präzise Scharfstellen dann echt schwer. Der Motor innen drin, der kann das, aber per Hand ist es wirklich schwer. Und wenn ich so einen langen Weg habe, dann kann ich eben sehr, sehr präzise, ganz genau auf den Punkt stellen, wo ich nachher auch muss und sehr, sehr feinfühlig. Und das macht es natürlich total wichtig, gerade beim Makroobjektiv. Das denke ich für euch alle auch klar. Und wie gesagt, das 65er habe ich ja schon sehr ausführlich getestet. Das ist auch eine absolute Bombe in der Bildqualität und das 110er habe ich jetzt selber noch nicht so viel probiert. Du wirst dich freuen. Das kann ich dir versprechen. Ich meine, ich kenne ja, ich weiß ja das, was alle meine Kollegen drüber sagen. Jeder, der es probiert hat, sagt, boah, was eine Bombe. Und dann, da bin ich sicher, das wird es sein. Ja. Vom Look her übrigens mit 65er, da habe ich jetzt hier zwei im Einsatz. Eines kann ich hier zeigen. Mit dem anderen, das ist übrigens hier an der 7S III, einfach mal so als Produktkamera der 7S III, nur die Welt zugrunde. Damit wird das hier, also das ist hier quasi so meine Detailkamera für den Hintergrund. Damit wird das gemacht. Wenn du Bock hast, kann ich noch kurz was überhaupt über das Thema Scharf einstellen und vielleicht noch mal ein paar Tipps zum Scharf einstellen mit manuell sagen. Man denkt ja immer, ja, man braucht unbedingt den Autofokus. Autofokus ist absolut hilfreich, aber wir haben 150 Jahre ohne Autofokus fotografiert und haben nicht nur unscharfe Bilder rausgekriegt. Man muss nur wissen, wie es geht. Zwei, drei kleine Dinge, du kannst es dann gerne noch ergänzen. Das eine ist auf den richtigen Moment warten. Also man kann ja auch vorfokussieren. So mache ich das auch, wenn ich mit manuellen Objektiven jetzt zum Beispiel die Hunde fotografiere, dann wird einfach auf eine bestimmte Stelle Scharf eingestellt. So der Grasbüschel, wo ich weiß, da kommt er dann gleich vorbei. Und in dem Augenblick, wo das Hündchen denn da vorbeiläuft, da wird dann der Auslöser gedrückt. Mit ein bisschen Übung kriegt er damit wirklich super scharfe Bilder hin, überhaupt kein Thema. Die zweite Geschichte, und das ist gerade für die Porträtfotografen dann auch interessant, stellt nicht durch Drehen scharf, sondern stellt durch Bewegen scharf. Also stellt erst mal grob scharf. Wer mit Leike aufgewachsen ist, kennt das, weil dann machst du das immer. Dass du also hingehst und sagst, so, jetzt habe ich da die Person und das ist mehr oder weniger scharf. Die Person bewegt sich aber auch leicht, geht leicht nach vorne und hinten und so weiter. Und wenn ich jetzt mit einem hochlichtstarken Objektiv arbeite, kann es sein, dass ich halt wirklich nur noch ein, zwei Zentimeter Schärfebereich habe. Und allein so diese Bewegung ist dann schon mal blöd. Die gleiche ich einfach aus, indem ich auch selber dann nochmal mich so vor und zurück bewege und das quasi mitmache. Probier das mal aus, das ist ein bisschen Übung, genau, tu das mal. Ich mache das mal ganz einfach. Ich zeige euch das nochmal live. Ich muss nur kurz das HDMI-Kabel von hinten nach vorne holen. Und ich habe ja gerade mal das 110er angeschlossen hier. Genau, da hast du ja einen extrem geringen Schärfebereich. Genau. Und ich stelle mal an das 55er hier, jetzt ist das Licht nicht perfekt, egal, dann stelle ich die Lampe mal kurz hier rüber. Stört euch ja nicht. Von hier aus leuchten. Ne, so klappt das glaube ich schon ganz gut. Ist jetzt zwar die 7S III, aber das spielt ja keine Rolle, mit welcher Kamera ich das mache. Und die schließe ich euch einfach mal hier an den Mischer an und dann hoffe ich mal, dass ich euch das zeigen kann. Also die Kamera steht, wie ihr sehen könnt, hier still auf dem Tisch. Ich zeige euch jetzt das Live-Bild und das erste, was ich mache, ist hier einmal, Moment, auf Offenblende gehen und dann einmal grob scharf stellen. Meine Kamera hilft mir dabei mit dieser Skala unten. Und da könnt ihr dann sehen, aha, okay, ich kann jetzt hier, natürlich, weil sich ja nichts bewegt, problemlos scharf stellen. Ich gehe nochmal auf das ganze Bild. So, jetzt seht ihr nur das Bild. Und jetzt verschiebe ich ganz einfach meine Kamera ein bisschen nach vorne oder eben ein bisschen nach hinten. Und das ist gerade im Makro-Bereich, wenn man aus der Hand arbeitet und mit bewegten Motiven arbeitet, super. Für das Motiv, was ich jetzt hier habe, braucht ihr das natürlich nicht zwingend, weil da steht alles still. Das ist alles kein Problem. Aber ihr seht schon, da bin ich jetzt zum Beispiel nicht ganz gerade. Hier ist es unscharf und hier ist es scharf. Liegt einfach daran, dass die Kamera nicht parallel zu der Leiterbahn steht. Moment, ich muss sie eigentlich umdrehen, weil dann könnt ihr das sehen, worum es an dem Bild eigentlich geht. Das kleine Ding da, ja, das da, ist übrigens ein Sensor aus einer Kamera. Ich gehe mal näher ran. Ich gehe mal jetzt in den absoluten Makro-Bereich, hier auf maximale Entfernung. Und genau das macht man ja im Nahbereich. Da stelle ich typischerweise ja ein, was habe ich für einen Abbildungsmaßstab. Und wenn ich nachher wieder im Bild mit drin bin, seht ihr das? Ich habe dann meinen 110er einfach mal auf 1 zu 2 euch mal sichtbar gemacht. Da kann ich nämlich auch sagen, ich will jetzt einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2 haben und schiebe dann eigentlich nur noch die Kamera-Objektiv-Kombination so vor und zurück, bis ich das scharf habe, so wie du das jetzt hier gerade auch sehr schön machst. Ich bin jetzt hier, ihr seht, ich bewege das wirklich hier nur wenige Millimeter und ihr seht, ich kann dann die verschiedenen Ebenen auf dem Sensor durchblättern beziehungsweise auf der Platine. Jetzt ist die Platine scharf, jetzt ist der Sensor vorne scharf. Und wenn ich euch das mal von der Seite zeige, ich blende mal wieder um. Moment, ich blende uns beide wieder ein. So. Das ist die Platine. So dick ist es. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr nah und der Sensor ist auch noch winzig klein, den ich euch gerade gezeigt habe. Ihr seht es hier, ist aus einer Kompaktkamera halb so groß wie mein kleiner Fingernagel. Zum Vergleich, ich teilt euch mal den APS-C-Sensor daneben. Ja, das ist APS-C. Das ist noch nicht mal Vollformat, das ist wirklich nur das APS-C. Genau, wenn ich den Vollformat daneben halte, dann habe ich auch hier, der ist aber unter Blacksiglas, deswegen ist es ein bisschen schwieriger mit der Spiegelung. Moment, darum, alles Spiegelverkehr, das ist total doof. Ja, das ist der Unterschied. Also der geht da halt einfach, und das muss man vielleicht dazu sagen, das ist jetzt ein wirklich kleiner Sensor, das ist ein 1 zu 1,7 Zoll. Die meisten Kompaktkameras und Telefone haben einen noch kleineren Sensor. Der ist dann nur halb so groß wie dieser hier. Der ist schon verhältnismäßig groß, den ich euch gerade gezeigt habe. Dann wisst ihr so ein bisschen, was das bedeutet. So. Okay, du hast mir noch eine ganz kurze Sache erzählt, und da musste ich vorhin ein bisschen staunen, weil ich das so nicht mehr kenne. Und zwar hast du mir was erzählt von euren Objektiven für Leica, und da bietet ihr eine ganz spezielle, ja, eine ganz spezielle Version an. SC. Genau. Und MC. MC, wo wüsste ich so vor? Genau, MC kennt man noch. Musikkassette, oder? SC. Genau, so Master of Ceremony. Oder Ceremony. Nee, wir leisten uns da etwas ziemlich Schräges. Und zwar, normalerweise hast du ja heute bei allen Objektiven eine vernünftige Mehrschichtvergütung. Das ist so, Industriestandard, hat man halt ordentliche, gute Vergütung, vielleicht sogar Nano-Vergütung oder Gott weiß was. Jetzt gibt es aber Fotografen, vor allem auch Schwarz-Weiß-Fotografen, die sagen, das ist ja blöd. Ich will den Schmelz, diesen Charakter, da sind wir wieder beim Charakter, der guten alten 50er-Jahre haben. Krieg aber die Objektive gebraucht nicht so, wie ich es eigentlich haben möchte. Oder da ist dann schon wieder ein Pilz drauf und so weiter. Alles doof. Ich hätte das gerne auch neu. Und mit den Auflösungen auch die neue Objektive leisten. Und deswegen haben wir schon länger, das 35er, 1,4er mit dem Leica-Anschluss, in zwei Ausführungen, und zwar in SC, Single-Coded, also wirklich wie früher, einmal vergütet. Erzähl mal weiter, ich lenne es mal gerade auf der Webseite ein, dass die Leute es sehen. Genau. Und dann halt in der klassischen, muss man ja fast sagen, normalen Mehrschichtvergütung, was heute so der Standard ist. Und wir haben jetzt ganz neu rausgebracht, ja, eigentlich sechs neue Objektive, aber ehrlich gesagt sind es dann doch nur zwei, drei. Nee, es sind zwei Objektive, die wir in drei Farben haben, eigentlich ist es nur eins, in drei Farben, sechs Dinger. Nein, es ist das 1,5, 50, Nocturne. Ja, genau, das 50er. Und das haben wir in sechs Versionen. Also wirklich für jeden was dabei. Wir machen es jetzt wie die Autohersteller. Für jeden Geschmack ist da was dabei. Und zwar haben wir dieses 1,5, 50er in drei verschiedenen Geschmacksrichtigungen, Geschmacksrichtigungen von Aussehen her. Einmal in Silber, einmal in Schwarz und dann in Bicolor. Und das Bicolor ist ein absoluter Traum. Unbedingt bei eurem Händler mal anschauen. Das muss man live gesehen haben. Sieht sehr, sehr interessant aus. Und da geht es ja auch immer so ein bisschen um die Kamerakombinationen. Wie sieht das aus? Habe ich das? Wir können es ja über die Adapter dann ran. Also habe ich das jetzt hier an meiner silbernen Kamera? Habe ich das wie hier jetzt X-Pro3 in Titan? Also wie sieht jetzt die Kombination am schönsten aus? Also Schwarz, Silber und Bicolor. Und jede Farbe gibt es auch noch mal in dieser besonderen Vergütung, in der Single-Coated-Ausführung und in der Multi-Coated-Ausführung. Auch das blende ich euch noch mal kurz ein, weil das kann man auf der Webseite echt schön sehen. Also guckt euch das an. Ist unter den VM-Objektiven, also für Leica. Und da findet ihr dann Multi-Coated und Single-Coated. Das ist jetzt das 50mm, was ich aufgerufen habe. Und hier könnt ihr sehen, den schönen Lens-Flair mit dem Strich hier. Ich hoffe, er kommt auch im Stream rüber. Das ist natürlich klar bei den alten Vergütungen, die dann solche Fehler einfach noch mal verstärken beziehungsweise eben nicht aus dem Bild herausnehmen, wie die neueren Rechnungen. Genau. Und da sind wir beim Thema Charakter. Das sind ja alles Fehler, die wir hier drin haben. Das ist halt ein geringerer Kontrast, der dadurch kommt. Das sind halt Lens-Flars und so weiter. Aber es gibt Leute, die wollen das. Und gerade die Filmer stehen total auf diesem Look mit den SE-Objektiven, weil ich hier natürlich so diesen geringeren Kontrast, der hilft uns beim Filmen. Du kennst es, den geringeren Kontrast habe. Die Lichter kommen noch mal cooler rüber und so weiter. Also das ist schon eine sehr spezielle Geschichte. Und wir leisten uns halt den Luxus, da auch so ein bisschen beknackt in diese Richtung reinzugehen. Finde ich super spannend, weil, wie gesagt, ich habe es mir ja vorhin noch schon aufgeschrieben, diese Liebhaber alter Linsen mit Fehlern, wie jetzt zum Beispiel ein Trio Plan, was ja weit, weit weg ist von einer hochwertigen Optik, aber was halt einen ganz einzigartigen Look erzeugt. Und wenn man das haben will, findet man das. Und man findet das jetzt mit einem modernen Objektiv. Das heißt, du hast den Look, aber du kriegst eben auch, wenn du möchtest, die hohe Auflösung und die doch hohe Schärfe. Aber du hast halt diesen speziellen Look. Also finde ich super interessant. Ich persönlich bin meistens ja eher mit Autofokus unterwegs. Ich nutze für wenige Sachen manuell Fokus, aber ich kann schon verstehen, wenn jemand da Spaß dran hat und das nutzt. Also da muss man halt wirklich immer schauen, was für einen selber da das Richtige ist. Okay, haben wir irgendwas vergessen, Martin? Fällt dir irgendwas ein, über das wir noch nicht gesprochen haben? Wir fangen noch zwei Sachen ein. Zum einen, weil das hier ein paar Mal gefragt wurde im Live-Chat. Das Thema Abdichtung, das ist ja heute immer so eine Geschichte, auch bei den Objektiven, Thema G-Master auch und so weiter. Unsere Objektive sind gar nicht abgedichtet. Also böse gesagt. Die sind wie früher einfach ordentlich zusammengeschraubt, ordentliches Zeug. Da ist ja auch nicht viel irgendwie mit Motor drin oder sowas. Da gibt es da gar nichts Großartiges. Deswegen, obwohl die gar nicht abgedichtet sind, da gilt das Gleiche, wie ich vorhin so mit dem Autofokus dann auch sagte. Wir haben auch früher, haben wir bei Polarexpeditionen Kameras dabei gehabt und ein Kollege hat hier auch schon reinkommentiert, so als Beispiel mal die Bilder vom Peter Schön, der die Dinge auch wirklich mit in fiese Gebiete mit reinnimmt. Ich selber bin auch kein Kind von Traurigkeit, wenn es um das Benutzen von Produkten geht. Dem einen oder anderen sieht man es hier auch so ein bisschen an, glaube ich, was ich hier gerade so denn da habe. Da sieht man es da irgendwo. Man kommt jetzt gar nicht im Stream so richtig rüber, aber das ist so ein bisschen verbollert. Also die Sachen werden genutzt. Die sind zum Benutzen gedacht. Die sind nicht für die Vitrine gemacht. Benutzt das Zeug. Natürlich bin ich vorsichtig bei Feuchtigkeit, also im absoluten Schutt, wo ich ja abgedichtete Objektive auch verwenden kann. Bin ich ein bisschen vorsichtig, aber dann machst du halt was drüber und gut ist. Also das Zeug ist zum Benutzen gemacht. Mein Kundendienst wird mich morgen schlagen. Wie kannst du sowas sagen? Aber das ist einfach so eine Geschichte. Das ist die Erfahrung. Zweite, hatte jemand gefragt, 7R3 mit 42 Megapixeln. Große Gemälde in Ausstellungen fotografieren. Welches Objektiv? Das schreit natürlich, wenn es wirklich um die genaue Dokumentation geht, schreit es nicht nach den 42 Megapixeln, sondern, was haben wir da? Nee, die hat gar keinen Pixelschiff. Doch, mit 42 hat sie auch schon Pixelschiff auf 80 oder was? Genau, aber da macht eigentlich die 7R4 mehr Sinn, weil die halt die Auflösung vervierfachen kann. Das kann die 7R3 noch nicht. Die kann nur die Farbmutter 2er-Fattern rausnehmen. Genau. So, und das in Kombination mit dem 50er Apolanta. Und da habe ich schon noch mal eine Qualität, die besser ist als das, was die anderen Objektive leisten. Es geht da ja darum, wirklich das für die Ewigkeit zu konservieren. Und ich kenne das aus dem musealen Bereich. Da geht es ja nicht einfach nur darum, das als schönes Bild für die Webseite zu machen. Gehe ich mal davon aus, sonst hat er auch jetzt nicht die 7R3 schon. Sondern da geht es ja auch darum, später mal Details sich anzuschauen. Wie ist der Pinselstrich? Wie sind da die Details? Und da brauche ich einfach eine supergute Farbtrennung. Außer es sind nur Schwarz-Weiß-Malereien. Eine supergute Farbtrennung braucht eine unwahrscheinlich gute Tiefendarstellung auch. Und da kommt das Apolanta halt einfach so richtig schön mit. Und wie du es selber schon gesagt hast, ideal wäre dann natürlich die Kombination mit der 7R4. Egal, ob ich da jetzt auf die, was macht er dann auch, 80 oder so, oder die 240 Megapixel mache. Wir haben ja die 4er und die 16er Geschichte. Was macht er bei der 4er? Bei den 4ern bleibt die Auflösung gleich. Das heißt, aus den 61 werden 61. Aber eben ohne Farbmuster. Also das Bild ist deutlich visuell schärfer und kontrastreicher. Und bei den 240 Megapixeln, dann wird im Prinzip der Sensor, das ist jetzt kein Scherz, was ich erzähle, um einen halben Pixel zur Seite, um einen halben Pixel nach unten verschoben. Und jetzt stellt euch das mal vor, auf dieser kleinen Strecke, hier auf den 3,6 Zentimetern, sind halt über 9.500 Pixel. Und dann gehst du einen halben Schritt zur Seite. Also, ne? Das kann man sich nicht vorstellen, weiß ich. Guckt euch das Video von mir hier im YouTube-Kanal an. Dann erkläre ich das nochmal. Da könnt ihr auch ein paar Bilder runterladen. Genau, dazu noch ein Tipp. Da ist das Stativ und vor allem der Kopf das Wichtigste. Bitte möglichst ein Stativ mit Getriebeneiger für so etwas verwenden, dass ich wirklich optimal auf den Zehntelgrad der Neigung des Kippens und so weiter das einstellen kann. Weil sonst wird man wahnsinnig. Wenn du das mit einem Kugelkopf machen willst, forget it. Getriebeneiger bitte unbedingt. Das ist dazu. Und zum Schluss ein Spannkerl, wenn hier keine großartigen wilden Fragen mehr sind. Der packt schon wieder Sachen aus, der Martin. Es ist immer das Gleiche mit dir. Es ist ähnlich wie bei mir auch. Genau. Am Schluss kommt immer nochmal ein Highlight. Du hast ja die Leica-Objektive angesprochen. Und da habe ich ja nochmal einen Spannkerl. Für den, der sagt, um Gottes Willen, ich traue mich trotz all dieser Tricks, die wir heute gelernt haben, ich traue mich nicht manuell scharf einzustellen. Tipp, trotzdem mal gucken, selber mal ausprobieren. Vielleicht ist es gar nicht so wild. Aber vielleicht sagt man auch, ja, trotzdem so für Porträts und so weiter will ich halt den Autofokus haben. Alle Objektive mit Leica-Anschluss können über einen Adapter, trommel, 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 mit Autofokus verwendet werden. Das, was ich vorhin mit diesem Na-Plus-Adapter besprochen habe, dass wir also sagen können, wir haben einen gewissen Auszug und stellen damit scharf oder erweitern unseren Nahbereich. Das können wir heute sogar automatisch machen. Und es gibt von TechArt gibt es einen Adapter, wo ich hingehen kann. Und da schalte ich jetzt auch nochmal um. Halt, die Kamera sollte ich vielleicht anschalten. Ja, Moment, ich mache mich groß. Genau. So, kommt meine Kamera. Jawohl, sie kommt. Moment, Palt. Kein Bild, kein Ton. Sorry. Ja, kein Bild, kein Ton, wir kommen schon. Hier seht ihr, wie wild es bei mir hier aussieht. So, und der Gag ist, es stellt scharf. Ihr hört es. Jetzt haben wir es gehört, ja. Die Kamera stellt scharf. So, und der Gag ist, es funktioniert sogar so weit. Ich habe hier ein Portretel. Wir sehen den Augen-Autofokus, der funktioniert. Und für mich natürlich ganz besonders wichtig, ich kann den Augen-Autofokus umschalten auf hier. Und schon wird die Sunny scharf gestellt. Also, absolut abgefahrene Geschichte. TechArt-Adapter mit den Objektiven mit Leica-Anschluss. Das heißt auch für die, die jetzt beispielsweise diese coole Geschichte mit dem neuen 1.550er, diesen coolen Duck mit dem SC nutzen möchten. Und sogar mit Autofokus. Und für die Portrace sogar geeignet. In welche Richtung uns die Technik und die Fotografie treibt und für welche tollen Sachen man damit umsetzen kann. Vielen Dank übrigens an Andronikus und an Andi. Daumen hoch, freuen wir uns sehr drüber. Gebt dem Martin also bitte einen Daumen hoch. Schreibt gerne noch eure letzten Fragen in den Chat. Oder eben, wenn das Video im Nachhinein angeguckt wird, auch gerne in die Kommentare. Ich werde die auf jeden Fall alle lesen und auch immer wieder mal kommentieren. Haben wir sonst noch ein wichtiges Thema vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nö, mir fällt jetzt erstmal nichts ein. Gut, dann habe ich, bevor ich gleich zu den letzten Worten komme, noch eine ganz wichtige Ankündigung für euch. Und zwar habe ich ja irgendwie erzählt, wir starten wieder mit der neuen Staffel von den Livestreams. Nächste Woche, Mittwoch, geht es direkt weiter um 19 Uhr. Und da ist mein Gast, der Wilfried Kamp, Fotografenmeister. Und wir sprechen diesmal über das Thema Licht. Das heißt, es geht um Dauerlicht, LED-Licht, Blitzlicht, Reflektoren. Also, wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr da unbedingt einschalten. Den Willi kenne ich jetzt auch schon richtig lange und ich freue mich immer, wenn ich mit ihm quatschen kann. Und das wird mit Sicherheit interessant. Bei dir ist gerade das Licht ausgegangen, Martin, oder? Ja, weil zum Thema Licht muss ich das natürlich auch illustrieren, wie wichtig Licht ist. Sehr gut. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich habe es nur aus dem Augenblick gesehen, dass das Bild dunkel wurde. Ich dachte mir, was ist jetzt da los? Da ist ein Film verlassen, nur weil ich was gesagt habe über den nächsten. Wir lassen immer Bilder sprechen, ja? Alles gut, sehr gut. Finde ich super. Also schaltet da wirklich ein, schreibt gerne auch eure Fragen jetzt schon unten drunter und lasst uns die zukommen, weil wir werden jetzt wirklich jede Woche, auf jeden Fall dieses Jahr live streamen. Wie es im nächsten Jahr aussieht, kann ich noch nicht genau sagen, aber auch da ist mein Ziel, dass wir wirklich einmal in der Woche für euch live gehen und immer verschiedene Gäste einladen. Ich kann auch schon das übernächste Mal so halb anteasern. Der Termin steht noch nicht ganz, aber da wird es mit einem Kollegen Eugen um Astrofotografie gehen. Auch den Termin habe ich quasi schon fix gemacht. Und jetzt sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Martin, an dich für deine Zeit. Vielen Dank an Sabrina, dass ihr das so schnell möglich gemacht habt. Ich hoffe, wir machen das bald wieder. Vielleicht dann zu einem anderen Thema. Mal gucken. Und an euch alle da draußen, nutzt die Objektive, geht zu euren Fachhändlern, probiert die mal aus. Ich glaube, ihr habt ein bisschen Input heute bekommen. Und wie immer bei mir üblich, gehören die letzten Worte dir, Martin. Stage is yours. Mir hat es viel Spaß gemacht. Das war sicherlich für den einen oder anderen ein bisschen viel Nerd-Talk, aber jeder wusste, worauf er sich einlässt, wenn wir zwei miteinander quatschen. Schaut bei eurem Händler vorbei. Schaut euch die Objektive an, probiert es aus. Guckt so ein bisschen, wie ist der, das war ja so, das ist eigentlich der rote Faden durch den heutigen Abend ja gewesen, Charakter der Objektive, wie es mit eurer Fotografie am besten zurechtkommt. Sehr gut, Martin. Wir zwei schaffen sogar fast die zwei Stunden. Ich freue mich. Es war mir eine Freude. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.